Ja hallo und willkommen zu einem ganz ganz alten Klassiker aus der Mottenkiste der C64 Zeit von 1987, genau da steht es ja, 1987 war das ein Wirtschaftssimulationsspiel für den C64. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für Amiga gab oder so damals dann noch. Ich kenne es auf jeden Fall damals vom C64 von zwei deutschen Brüdern, nämlich, was da steht, Markus und Ulrich Simon. Er hat geschrieben seinerzeit eine kleine Wirtschaftssimulation, in der es sich um Landwirtschaft, Viehzucht, quasi das Bauernwesen dreht, wie der Titel schon vermuten lässt. Und wir sind hier bei Agricola. Ja, soweit ich mich erinnere und das weiß, ist tatsächlich das Spiel ohne Ton. Also es gab da irgendwie keine Musik oder so dabei. Agricola wurde 1987 von MOS Software für alle C64-User entwickelt. Also gab es das wohl doch nur für C64, weil manche gab es dann auch von Amiga und so Spiele, manche Spiele. Zur Situation. 1789. Der König sucht einen geeigneten Nachfolger für den Fall seines Todes. Die Spieler stellen sich als Anwärter für das Amt. Derjenige, der am besten seinen Hof verwaltet und seine Fähigkeiten als Pferdezüchter unter Beweis stellt, gewinnt. Agricola ist ein Public-Domain-Programm und darf von jedem frei kopiert werden. Wer es nutzt, schicke bitte einen Betrag von 10 DM an sowieso. Ja, die Prämisse ist natürlich ein bisschen unsinnig. Bloß weil jetzt irgendwie dein Hofgut führst, wirst du sicherlich nicht zum König. Insofern kann man das mal ein bisschen außen vor lassen. Also der Vorwand ist ein bisschen naja. An den Haar dabei gezogen, sagen wir mal. Saystrom als Wirtschaftssimulation war es seinerzeit tatsächlich ganz witzig. Ja und dann schauen wir es einfach mal rein als so ein bisschen Erinnerung oder Nostalgie für die, die es kennen und für alle anderen ein obskures, wo ist denn das? Ja, was tatsächlich auch ein bisschen blöd ist, also es geht ja hier darum quasi, also es ist für ein bis vier Spieler und es geht ja so ein bisschen darum, quasi mit seinem Hof sich zu verbessern. Altes Spiel fortsetzen will ich nicht. Also man kann es mit ein bis vier Spielern spielen. Ich spiele es jetzt mal allein, wobei man glaube ich tatsächlich auch im Emulator müsste es auch gehen, sich über Netzwerk zu verbinden, quasi auch über das Internet kann man dann mit mehreren Leuten spielen. Dasselbe Spiel, man sieht halt, also man spielt halt nicht gleichzeitig dann logischerweise, sondern man sieht halt den gleichen Bildschirm, weil es halt damals auch so war und ist dann quasi nacheinander dran. Ja, aber ansonsten sollte das eigentlich gehen. So, und da geht es nämlich schon los. Also, der Punkt ist so ein bisschen, man kann Landwirtschaft betreiben, also man kann Getreide, Rüben und Kartoffeln was glaube ich anbauen und man kann Rinder züchten, die auch Milch produzieren, also die Kühe und damit halt Geld verdienen und sich verbessern. Später kann man dann auch irgendwie Forstwirtschaft betreiben, so ein bisschen und dann auch Rennpferde züchten. Und man kann auch irgendwie nach jeder Runde irgendwie auf die Rennbahn gehen und sein Geld verwetten, wenn man das will. Ich weiß eigentlich nicht, ob das so sinnvoll ist. Und für bestimmte Sachen, die man erreicht, also Ausbaustufen des Hauses, Erfolge, wie viel Land man besitzt, etc. Gibt es quasi so eine Art, ja weiß ich nicht, so eine Credit-Punkte, also im Hintergrund, also eine gewisse Bewertung und man muss halt einen gewissen Level an Bewertung erreichen, um dann irgendwann der Beste zu sein und dann König zu werden. Und zwar innerhalb einer gewissen Zeit. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Manko des Spiels, was es damals war. Ähm, dass es, ähm, wer nicht richtig weiß, 35 Runden geht. Ähm, und dann endet das Spiel. Also es endet schon vorher, wenn irgendeiner den, äh, den Rang quasi so weit hoch gespielt hat, dass man halt direkt König-Level erreicht hat. Ähm, spätestens aber auch nach 35 Runden. Was halt ein bisschen blöd ist, wenn man's spielt und eigentlich gar nicht so darum geht, jetzt hier diese Rangaufstiegsgeschichte zu haben, sondern einfach nur sagt, okay, man möchte es halt so lange weiterspielen, wie es halt irgendwie geht. Ähm, sich immer noch verbessern. Je nachdem, wie gut es läuft, hat man vielleicht noch nicht alles gekauft oder, ja, es macht einem Spaß und man würde gern weiterspielen oder so. Ähm, insofern ist es ein bisschen ungünstig. So, hier haben wir schon den Screen. Das ist quasi immer am Anfang jeder Runde, wo man so ein bisschen einen Report bekommt, äh, wie, ich weiß nicht, ob es Quartale, wahrscheinlich sind es dann Jahre sind, äh, lief, die letzten. Äh, nass und warm, ich meine mich dunkel zu erinnern, das ist so semi-gut, also nass und kalt ist halt mal so richtig scheiße, was die Ernte angeht. Ähm, nass und warm ist, glaube ich, so ein bisschen mittel. Ähm, Getreide, Kartoffeln und Rüben sind uns keine verloren gegangen, weil wir hatten, glaube ich, auch keine. Wir haben 3.999 Liter Milchertrag gehabt. Ähm, und wir haben natürlich keinen Getreide, Kartoffeln oder Rübenertrag gehabt, weil wir nichts angebaut haben. Ähm, so, und dann sind wir auch gleich hier in unserem Hauptscreen. Ähm, wir sehen schon, also wir haben 2 Weideflächen, 2 Morgenland, keine Waldfläche, 2 Ackerflächen, äh, und was wir da unten sehen, wir haben ein Rind, wir haben kein Rennpferd, das wäre das Zweite, wir haben ein Ackerpferd, äh, und wir haben keinen Zuchtbullen. Und wir haben 20.000, äh, ich glaube, das alles Mark hier, ähm, an Kapital. Was wir noch haben, wir haben einen Kuhstall, einen Wald, einen Pferdestall, Acker, Büro. Rennbahn, Information, Information ist so ein bisschen quasi der aktuelle Status. Äh, da habe ich jetzt halt noch nichts, weil ich halt auch noch nichts geleistet habe. Ähm, so, wir haben die Rennbahn, das ist jetzt, ähm, noch nicht wirklich relevant, weil hier wären jetzt unsere Rennpferde, wenn wir denn welche hätten, ähm, die wir dann später trainieren können und für Rennen anmelden. Ist allerdings ein sehr teures Vergnügen, deswegen kann man das erst ein bisschen später im Spiel, äh, tatsächlich machen. Wir haben das Büro, äh, hat er jetzt nicht genommen, den Klick. So, äh, wir haben das Büro, da sehen wir Ackerflächen, Weideflächen, Waldflächen, die wir haben, Silos, Ställe und unser Haus und unser Kapital natürlich. Ackerfläche, Weidefläche, Waldfläche, äh, ist soweit klar. Was wir da sehen, wir haben je zwei der ersten beiden und keine Waldfläche. Dahinter ist noch in Grau so ein bisschen eine zweite Zahl. Also bei Ackerfläche zum Beispiel haben wir jetzt zwei und da entsteht 27. Äh, das bedeutet, es gibt noch 27 weitere Ackerflächen, die man kaufen kann. Danach geht das Land aus. Also man kann nicht beliebig viel Fläche kaufen. Wenn man mit mehreren Spielern spielt, weil ich spiele jetzt quasi allein, ähm, dann ist das Limit auch da und ich meine, das ist sogar gleich. Ähm, das heißt, man kann quasi bestimmte Flächen, äh, den anderen weg kaufen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob, ähm, das Limit sich erhöht, wenn man mehr Spieler hat oder so. Also ob das ein bisschen wächst mit Anzahl der Spieler oder so, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ähm, aber ist auf jeden Fall begrenzt. Das heißt, wenn einer alle Ackerflächen gekauft hat, können die anderen halt keine Ackerflächen mehr kaufen, zum Beispiel. Also muss man auch ein bisschen strategisch überlegen, ähm, was man halt wann kauft. Weil sein Haus ausbauen unten zum Beispiel, das kann man halt immer noch. Da kann man sich halt ein größeres Haus bauen, was ein bisschen das Prestige steigert. Ähm, ist allerdings die Frage, ob man das machen sollte, bevor, also solange es noch irgendwie Ackerflächen und Weideflächen und so zu kaufen gibt, weil mit denen kann man halt Ertrag erwirtschaften und mit seinem Haus erstmal nicht. Das ist halt Prestige und es kostet einen Arsch voll Geld. Ähm, ja. Stelle, ähm, brauchen wir halt eine gewisse Menge Stelle, um seine Tiere unterzustellen. Logischerweise. Wer hätte das gedacht? Ähm, wenn ich das so sehe hier, dann ist ein Stall für 20 erwachsene Tiere. Also wenn wir Viehzucht machen, wir können halt, also Rinderzucht im Grunde nur, ähm, können wir, haben wir Kälber und die werden dann mit jeder Runde halt, ähm, also nach einer Runde werden die Kälber halt erwachsen. Ähm, und die erwachsenen Tiere brauchen dann einen Stellplatz pro Tier und ich glaube 20 sind pro Stall. Das wird allerdings angezeigt, wie viele freie Boxen man noch hat. Die Ställe beziehen sich sowohl auf die Pferde als auch auf die Rinder, wenn ich mich richtig erinnere, aber das sehen wir gleich. Silos ist, um Getreide zu lagern. Wir können ja Getreide, ähm, wir können, das sehen wir gleich mal hier, wenn wir mal auf den Acker gehen. Wir können Getreide, Kartoffeln und Rüben anbauen und Getreide kann man lagern in den Silos. Wir haben jetzt ein Silo und das ist zu 0% gefüllt, weil wir halt nichts eingelagert haben. Das heißt, wir können Getreide im Silo lagern, ähm, wenn wir es in der Runde, wo es produziert wird, nicht verkaufen. Wir sehen hier, wir haben Preise für Getreide, Kartoffeln und Rüben, die schwanken die Preise, wobei Getreidepreise am stärksten schwanken. Kartoffeln so mittel und Rüben sind relativ stabil. Sowohl vom Ertrag als auch von den Verkaufspreisen. Kartoffeln und Rüben kann man auch nicht lagern. Also wenn man Kartoffeln und Rüben liegen lässt, äh, ins nächste Jahr, dann geht dann ein Großteil von halt kaputt. Das heißt, die muss man mehr oder weniger gleich verkaufen. Ist allerdings nicht ganz so schlimm, weil man die halt zu einem relativ stabilen Preis verkaufen kann. Beim Getreide lohnt es sich eher, dass man ein Jahr nicht zu verkaufen und liegen zu lassen, wenn man es sich leisten kann, ähm, und den Platz im Silo hat, weil man es dann gegebenenfalls in einem anderen Jahr für, äh, mehr Geld verkaufen kann. So, ähm, was haben wir hier? Also wir können hier das Land bestellen. Das heißt, wir können entscheiden, was wir anbauen. So, am Anfang, habe ich mir jetzt mal so überlegt, am Anfang, ähm, ist es natürlich ein bisschen schwierig, Getreide zu produzieren und es nicht zu verkaufen, weil man halt ein bisschen schmal an Geld ist. Deswegen werde ich jetzt mal, wir haben zwei Ackerflächen, ähm, und da werde ich mal sagen, ich bestelle mal einen Morgen mit Getreide und zur Sicherheit hauen wir noch einen Morgen Rüben dazu. Gegebenenfalls können wir das Getreide zumindest teilweise vielleicht doch ein bisschen liegen lassen. Ähm, das sehen wir dann. Und ich werde dann später ein bisschen mehr auf Getreide gehen, wenn ich, äh, ein bisschen mehr Kohle übrig habe, um, ähm, tatsächlich, äh, ja, nicht alles verkaufen zu müssen, halt, vom Getreide. So, dann haben wir, wir haben, wir sehen, wir haben ein Ackerpferd und, äh, wir haben keinen Flug. Flug ist vielleicht ganz gut, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich gehe mal davon aus, dass man einen Flug pro Pferd braucht. Mehr wird wahrscheinlich wenig Sinn machen. Ähm, ein Ackerpferd kann, äh, soweit ich mich erinnere, vier Morgen Land bearbeiten. Ähm, wir bekommen aber am Ende der Runde auch immer nochmal so eine Übersicht, da müsste es eigentlich stehen, wenn, äh, was fehlt. Wir sehen dann aber auch, wenn ich jetzt kein Pferd habe oder nicht genügend Pferde habe, ist es auch nicht so, dass das Land nicht bestellt wird, sondern dann, äh, leiht man sich quasi ein Pferd und muss dann quasi Zwangsgebühren dafür zahlen. Ähm, also es kostet einen einfach Geld. Man bestellt zwar trotzdem alles, aber man muss halt eine Gebühr bezahlen, weil man sich ein Pferd leihen muss. Daran kann man auch so ein bisschen erkennen, wenn man zu wenig Pferde hat, weil so ein Pferd kann halt auch mal sterben, ne? Und wenn man das übersieht in der Runde, in der man dran ist, dann hat man halt keins für die nächste und muss sich eins leihen. So, wir haben also ein Ackerpferd, zwei Flächen, zwei Flächen sollte soweit okay sein, weil wir können ja mit einem Pferd vier Flächen beackern, äh, soweit okay. Was allerdings noch vielleicht ganz gut ist, damit das Pferd auch seinen Job machen kann und wir uns keinen leihen müssen, kaufen wir uns jetzt mal noch einen Flug. Weil, was will da flügen ohne Flug? So, verkaufen können wir nichts, weil wir nichts geerntet haben. Dann sind wir hier schon mal erstmal durch für den Moment. So, dann haben wir hier den Pferdestall. Wir sehen, wir haben ein Ackerpferd und wir haben keine Rennpferde. Und wir sehen auch schon, im Kauf sind die halt schon nicht ganz billig mit 12.000 Mark. Und wir haben 18 freie Boxen und wir sehen auch hier zwei Ackerflächen. Das finde ich auch übrigens schön hier im Dings, wo man die Ackerpferde kaufen kann. Dass man hier auch nochmal sieht, wie viele Ackerflächen man hat. Wenn ich jetzt sage, okay, ich muss, ich brauche ein Pferd für vier Flächen, wie viele muss ich jetzt eigentlich gerade kaufen, damit ich wieder alles bestellen kann? Da muss man nicht hin und her switchen in den View von dem Acker, um das nochmal, wenn man es jetzt vergessen hat oder sich nicht gemerkt hat, wie viele Ackerflächen habe ich eigentlich gerade und so, dass es hier nochmal mit angezeigt wird. Das ist eigentlich von der GUI her ziemlich cool durchdacht. So, wir haben schon ein bisschen Geld verbrannt hier. So, da können wir jetzt erstmal nichts machen oder brauchen erstmal nichts machen. Wir haben den Wald. Wenn man Wald hat, kann man zum einen Roden, also sprich, also Roden heißt jetzt nicht alles wegbrennen, sondern da kann man halt sagen, wie viel Prozent des Waldes man abholzen will. Der Preis vom Holz variiert auch. Also die zwei Zeilen sind jetzt Holz ist quasi, wie viel Menge an Holz man hat in Form all des Waldes und Lagerholz ist, wie viel Holz man hat in Form von abgeholzten, also quasi auf Halde liegen hat, um es zu verkaufen. Also Holz ist quasi lebendes Holz und Lagerholz ist totes Holz, wenn man so will. Und üblicherweise war es so, kann man ein bisschen rumprobieren. Ich meine so um die 10 Prozent, wenn man um die 10 Prozent pro Runde abholzt, ist es im nächsten Jahr wieder voll der Wald. Also man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel dringend Geld braucht, einfach seinen halben Wald oder 80 Prozent seines Waldes wegholzen und den verkaufen oder wenn der Preis gerade schön hoch ist. Aber dann braucht es halt auch mehrere Runden, bis der Wald sich wieder auf 100 Prozent regeneriert hat und nachgewachsen ist. Bei 10 Prozent ist es üblicherweise so, dass man eine Runde nach einer Runde den Wald wieder voll hat. Das heißt, man kann irgendwie so um die 10 Prozent pro Runde wegholzen, ohne was zu verlieren. Und man kann auch jagen. Hirsche, Wildschweine, Füchse, glaube ich. Und das ist dann so ein kleines Minigame. Und wenn man tatsächlich mal einen geschossen hat und so, gibt es auch Trophäen, was wir dann wieder sehen in der, in der Informationsübersicht, dann sieht man hier die Trophäen. Das ist in der Mitte diese drei Kreise. Das ist für die drei Tierarten, wie viele man da halt geschossen hat. Gibt halt auch wieder Prestige auf seinem Weg zum König, wenn man da ein guter Jäger ist. Ja, jagen kann man aber, glaube ich, erst, wenn man 10 Morgen Wald hat oder so. Also man kann nicht gleich bei einer Fläche oder so jagen, weil er muss nämlich ein bisschen Mindestgröße haben, damit das funktioniert. So, und als Letzter haben wir hier den Kuhstall. Da haben wir hier gesehen, wir haben ja 3.990 Milch bekommen. Die haben wir produziert. Ach, die brauche ich jetzt auch gar nicht verkaufen, weil die wird automatisch verkauft. Die wird nicht gelagert. 27 Pfennig pro Liter. Das ist ja noch richtig viel, also in der Produktion. Ich weiß gar nicht, was die heute kriegen für so einen Liter Milch. Wobei 27 Pfennig, das wären 13,5 Cent. Ja, weiß nicht, ob es so viel ist. Wobei Milchproduktion heutzutage auch ziemlich hartes Business ist. Genau, also wir haben hier Milchkühe, Kälber, Rinder, weiblich, Rinder, männlich, Bullen und Zuchtbullen. Milchkühe produzieren Milch, logisch. Kälber sind Kälber, die wachsen in einer Runde zu entweder Rindern weiblich oder Rindern männlich. Das weiß man nicht, das sieht man dann, wenn es soweit ist. Und Rinder weiblich werden nach einer weiteren Runde zu Milchkühen. Und männliche werden eine Runde später zu Bullen. So, Bullen bringen einem aber gar nichts, außer dass man sie verkaufen kann. Zuchtbullen kann man kaufen. Mit Zuchtbullen kann man, wenn man Milchkühe hat, Kälber generieren. Und kann quasi so seine Rinderproduktion am Laufen halten. Man kann auch, und das werde ich jetzt hier mal machen, mit Kälber kaufen für 490 pro Stück, sieht man da. Und wenn die dann in der nächsten Runde erwachsen sind, also weibliche oder männliche Rinder, kann man sie verkaufen. Oder man wartet noch eine zweite Runde, dann sind es entweder Milchkühe oder Bullen, dann bringen sie nochmal ein bisschen mehr Geld. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel freie Boxen man hat und so weiter. So, jetzt gucke ich mal gerade. Ich habe 19.000 Mark übrig. Ich habe 18 freie Boxen. Was natürlich auch so eine Frage ist, ich habe ja zwei Ackerflächen und ein Pferd. Und ein Pferd kann ja vier Ackerflächen betreiben. Das heißt, ich könnte noch zwei Ackerflächen kaufen und ein bisschen mehr Landwirtschaftsproduktion machen. Die Kosten allerdings, eine Ackerfläche kostet allerdings 6.000 pro Morgen. Das ist schon ziemlich geschmeidig. Was jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen viel ist, deswegen werde ich erstmal ein bisschen, um ein bisschen Kapital zu generieren, hier ein bisschen in die Viehzucht gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt einfach mal Kälber. 20 Kälber werden, wären so um die 10.000. Das könnte ich mir auf jeden Fall leisten. Ich habe allerdings nur 18 freie Boxen und da ja im nächsten Jahr die Kälber zu rindern werden. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, Kälber zählen jetzt erstmal nicht zu den Boxen. Ich kaufe einfach mal 20 Kälber. So, jetzt sehen wir, wir haben immer noch 18 freie Boxen, weil die Kälber nicht in die Boxen zählen, sondern nur die Erwachsenen und Tiere. Jetzt weiß ich nämlich nicht in der nächsten Runde, ob die zwei zu viel schon ein Problem sind beim nächsten Mal. Weil der Punkt ist doch der, wenn man zu viele Tiere hat für die Flächen, die man hat, dann sterben entweder welche oder sie werden zwangsverkauft, bevor die nächste Runde anfängt. Und zwangsverkauft ist noch irgendwie halbwegs okay, wobei ich nicht genau weiß, wie der Preis dann ist. Wenn sie sterben werden würden, wäre es natürlich scheiße. Außerdem, die Weideflächen sind übrigens dafür da, je mehr Weideflächen man hat, desto besser ist die Milchproduktion und umso eher überleben die Tiere. Oder anders gesagt, je mehr Rinder man hat, umso mehr Weideland sollte man haben, damit die nicht frühzeitig sterben. Also gerade so Milchkühe oder so, wenn man halt will, dass sie ein paar Jahre lang hier produzieren, das hängt von der Weidefläche ab. Also die Menge der Milchproduktion und auch die Dauer, wie lange so ein Rind halt überlebt. Weil das auch jederzeit sterben kann. Wenn man halt zu wenig Weideland hat für die vielen Viecher, die man hat, dann ist ihre Überlebenszeit halt deutlich kürzer und damit auch ihre Produktivität. Aber dann schaue ich jetzt erstmal hier, 20 Kälber gekauft. Jetzt habe ich noch 9000 Mark. Jetzt könnte man natürlich denken, oh, kaufen wir jetzt mal eine Ackerfläche. Der Punkt ist aber auch der, dass wir bedenken müssen, dass wir am Ende unseres Turns, wenn wir jetzt Turnende machen würden hier, gibt es eine Rechnung für das Jahr, was mich das Saatgut kostet und diverse andere Kosten, Stall, Unterhalt etc. Und wenn ich da nicht genug Geld habe, dann bin ich nicht nur am Anfang der nächsten Runde im Minus, sondern ich muss auch Zinsen dafür zahlen. Deswegen sollte ich vielleicht dafür sorgen, dass ich ein bisschen Kapital übrig behalte, um nicht in die Zinszahlungsbedrängnis zu kommen. Was allerdings auch ein bisschen bedeutet, ich gucke einfach mal, ich kaufe mal eine Ackerfläche. Weil eine Ackerfläche produziert natürlich auch. Und jetzt ist die Frage, wie hoch sind die Zinsen im Vergleich zum Ertrag? Und wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir eine Ackerfläche, jetzt sehen wir auch, wir haben nur noch 26 zur Verfügung, die noch gekauft werden können. Vorher waren es 27. Jetzt muss ich die natürlich noch bestellen, sonst ist das Ganze ein bisschen sinnlos. Und einfach um zu sehen, wie viel Geld mir die bringt, pflanze ich da einfach mal Kartoffeln an. So, und dann gucke ich mal, wie viel Zinsen ich gegebenenfalls zahlen musste gerade und wie viel da der Ertrag kommt. Und dann sind wir auch schon fertig mit Turn Nummer 1. So, jetzt haben wir hier unseren Abschlussbericht. Und wir sehen hier, wir hatten Kosten für Heu, 390 für Hafer, 150 Rodungen, keine, weil wir nichts gerodet haben, wir haben ja keinen Wald. 104 für Weidezäune, 3100 für die Kälberzucht, 300 für das Saatgut, 9000 für Knechte, die Kosten richten sich so ein bisschen danach, wie viel Flächen man hat und wie viele Tiere man hat. Für Rennpferde nichts, soll aber keine haben. Und ich habe 1077 Mark eingenommen für Milch. Das heißt, ich hatte ja noch irgendwie 4000 Ungerade oder so. Ich habe 1000 eingenommen, müsste ich 5000, 6000 Kapital haben und ich musste hier, wie man sieht, 13.000 zahlen. Ich muss jetzt noch keine Zinsen zahlen, weil ich bin noch nicht im Minus. Ich bin quasi jetzt durch diese Rechnung von 13.000 im Minus. Und wenn ich eine Runde mit Minus abschließe, dann muss ich Zinsen zahlen. Also wenn ich quasi in der nächsten Runde nichts tun würde und ich habe dann meine Miesen, würde das bedeuten, dass ich dann Zinsen zahlen muss. Aber das sehen wir gleich nochmal. So, wir sehen hier unser Bestand. Wir hatten keine Notverkäufe, das ist schon mal schön. Wir hatten eine Milchkuh und haben immer noch eine Milchkuh. Das ist auch schön, die ist nicht gestorben. Wir hatten 20 Kälber und wir sehen jetzt von den 20 Kälbern haben wir 11 weibliche und 9 männliche Rinder bekommen. Also die 11 weiblichen Rinder werden dann zu Milchkühen und die 9 männlichen werden zu Bullen. Und wir sehen unser Ackerpferd. Hatten wir eins, jetzt haben wir keins mehr. Das heißt, unser Ackerpferd ist gestorben. Ich weiß nicht wegen Überarbeitung, weil es zu alt war, man weiß es nicht. Ist so ein bisschen random, wann die sterben. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rind stirbt, erhöht sich, wenn man zu wenig Weidefläche hat für die Tiere. Unser Ackerpferd ist jetzt halt gestorben. Das ist jetzt blöd. Aber so ist es halt. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal dran denken, nächste Runde uns wieder ein neues zu kaufen, wenn wir das können. Oh ne, ich sehe gerade, die Zinsen kommen doch jetzt dieses Mal schon. Okay, das ist also nur, weil ich noch nicht geklickt hatte. Das heißt, wir mussten 1843 Mark Zinsen zahlen. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie viel ich dann mit den Kartoffeln einnehme, ob sich das wirklich gelohnt hat. Ich weiß sogar nicht, wie hoch die Zinsen sind. Wenn ich jetzt überlege, ich müsste so um die 6.000, 7.000 noch gehabt haben. Also bin ich so um die 6.000, 7.000 in der Miesen gewesen und habe dann 1.800 Zinsen. Das könnten 25% sein. Zinsen würde auch irgendwie Sinn machen, wenn man das so ein bisschen als Kurzzeitkreditzinsen oder so betrachtet. Mag sein. Also können wir auf keinen Fall gerne mal gucken, wie viel ich gleich im Miesen bin. Mal sehen, was 1843. Kann man das mir mal kurz aufschreiben. Dann kann ich es gleich noch mal nachrechnen. Also 1843. Das muss man eigentlich jedes Mal machen. Ich mache es jetzt noch mal einmal exemplarisch. Die nächsten Runden gehen dann wahrscheinlich auch schneller. Oh, mein Ackerpferd ist gestorben. Das sehen wir gerade, bevor es das Feld bestellen konnte. Das heißt, ich musste mir jetzt ein Ackerpferd leihen. hat mich noch mal 1200 Mark gekostet. Die muss ich dann gleich abziehen von den Zinsen wahrscheinlich. Bin ich nicht ganz sicher. Und da sehen wir schon, auf seine Ackerpferde sollte man 8 geben. Vielleicht ist es sogar ganz gut, immer mal 1 zu viel zu haben. Wobei das natürlich auch Unterhalt kostet, falls 1 stirbt, dass man nicht so wie jetzt sich 1 leihen muss. So, nach jeder Runde, also theoretisch wären jetzt die anderen Spieler noch dran mit ihrer ersten Runde, aber ich bin ja halt Spielzeit allein, deswegen gibt es keine anderen. Nach jeder Runde kann man zum Pferderennen gehen. Das kann ich jetzt einmal machen. Später werde ich es wahrscheinlich nicht mehr so oft machen. Und das kann man oder das macht man automatisch, wenn wenn man ein Pferd hat, das mitläuft beim Rennen. Wobei ich weiß nicht mal genau, ob man da wirklich hin muss. Aber da geht man natürlich eher hin, weil man dann sehen will, wie es läuft. Was man allerdings machen kann, ist, man kann hier bis zu 10.000 Mark wetten auf die Pferde. Und es ist tatsächlich so, dass die eine gewisse Qualität haben. Das heißt, wenn man das Spiel sehr oft spielt, kriegt man so ein bisschen mit, welche Pferde ein bisschen besser laufen als andere. Ich erinnere mich da auch nur noch sehr dunkel dran. Ich meine mich aber zu erinnern, dass Bleifuß ist, glaube ich, so einer, der relativ gut läuft. Es gab Rosinante, das ist so der Klassiker, an den erinnert sich, glaube ich, jeder, der das Spiel gespielt hat, weil die gewinnt in den allermeisten Fällen mit, keine Ahnung, x Längen Vorsprung. Manche allerdings nicht immer. Das heißt, die ist immer so ein Pseudo-sicherer Tipp. Wenn man Geld verdienen will, es kann allerdings auch böse nach hinten losgehen, weil sie, wie gesagt, nicht immer gewinnt. Rosinante war das. Ich meine, es gab noch irgendwie einen anderen, der auch noch relativ oft gewinnt, aber da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, wer das war. Dafür ist es dann doch zu lange her. Ich meine aber auch, Bleifuß zum Beispiel war ganz gut. Ja. Also ich muss jetzt nichts setzen, ich kann mir auch nur das Rennen angucken. Das könnte man dann am Anfang ein paar Runden lang machen, einfach um zu sehen, wie die Pferde so laufen, um so ein bisschen ein Gefühl für die Narben zu kriegen. Wobei es halt auch relativ viele gibt und nicht immer die gleichen laufen. Insofern muss man dann immer so ein bisschen aufpassen. Aber ich kann ja mal einmal hier zum Spaß exemplarisch mal 500 Mark. Ich habe es ja, ich bin eh gerade hier in der Schuldenfalle. Einfach mal auf Bleifuß setzen, vielleicht habe ich ja Glück. So, jetzt sehen wir hier, wie die langsam antreten. Barabbas hat 1,12. Venus 1,3. Oh mein Gott. Ich glaube, da habe ich mir richtig ins Klo gegriffen. 4,9. Okay, also ich werde nicht viel Geld machen, wenn er gewinnt. Allerdings habe ich zumindest eine kleine Chance, dass er gewinnt, von den Quoten her gesehen zumindest. Ja, jetzt haben wir hier Bleifuß in Führung. Das muss allerdings auch nicht viel heißen, weil das verschiebt sich gerne nochmal zum Ende hin. Also einer, der vielleicht um fünf Längen geführt hat das ganze Rennen, der wird auch gerne am Ende mal noch überholt, wie das halt so ist. Der Asterix da oben macht ein bisschen Terz, aber Bleifuß ist schon ganz gut vorneweg. Also habe ich vielleicht sogar Glück, dass ich mit dem hier was gewinne. Also es gibt so ein paar Namen. Weiß ich nicht, Bleifuß, dann irgendwie Hosenmatz oder so war einer. Es gibt so ein paar Pferde, die schon relativ stark sind. Und die sind auch immer stark dann in den Spielen. Und ich habe jetzt glaube ich sogar ein bisschen Kohle gemacht. 4 zu 9, also kriege ich genau 1125 Mark raus. Sehr schön. Immer schön, wenn man gewinnt, ist allerdings schon ein ziemliches Glücksspiel. Und ja, hier sehen wir, das sind diese Progressstufen. Je nachdem, wie gut man ist, also wie viel Fläche man besitzt, wie viel Stelle man besitzt, wie weit man sein Haus ausgebaut hat und so weiter. Wie viel Rennpferde, Siege eingefahren haben, etc. Das sind alles so Punkte, die jetzt so im Hintergrund dann hier so Credit Points sammeln. Und bei bestimmten Sachen springt der Kollege hier dann auch eine Plattform weiter, bis man dann irgendwann ganz am Ende beim König ist. Und wenn man mit mehreren Spielern spielt, dann sieht man halt so ein bisschen dann den Stand, wie die zueinander stehen. Also wer quasi im Ranking gerade ein bisschen höher steht als der andere. Spielstand sichern will ich gerade nicht. Und dann sind wir im Jahr 2, 1790. Vorhin war es noch 1789. Also es ist quasi tatsächlich ein Turn, ein Jahr. Macht ja irgendwie Sinn, was so ernten und so angeht. Und wir hatten es nass und warm. Das ist so mittel. Wir haben nichts verloren. Das ist super. Wir haben 3800 Liter Milch produziert. Das ist schon mal ganz gut. Und 53 Getreide, 427 was auch immer. Kartoffeln und 661 Kilotonnen, man weiß es nicht, Rüben. Ob das jetzt viel ist oder nicht, das sehen wir gleich. Und ich bin mit 11, ach Gott, ich habe ja 1125 beim, also ich habe 1125 bekommen. Das heißt, gewonnen habe ich 625. Das heißt, ich habe quasi 600 Miese noch durch das Pferd, das ich mir leihen musste. Gemacht. Zusätzlich 1100, 1800 an Zinsen. Ja, weiß nicht genau. Also um die 20% Zinsen, keine Ahnung. Sowas in der Dreh ist der Zinssatz. Ich weiß auch nicht genau, ob der variiert oder so. Man sieht halt die Zahl, die steht da halt. Und ich bin nicht ganz sicher, was da im Hintergrund die Berechnung ist. Vermutlich so um die 20%. Das wären ja jetzt dann 11.800, ja, vielleicht auch ein bisschen weniger als 20%, wie dem auch sei. Zahnbahnzinsen. So, also. Wir haben gesehen, wir brauchen ein Ackerpferd. Wir haben jetzt allerdings das Problem, ich habe kein Geld, deswegen kann ich auch kein Ackerpferd kaufen. Zu viel, weil ich nämlich nicht genug Geld habe. Und ich habe minus eine freie Box. Was natürlich sein könnte, ist, dass mein Pferd gestorben ist, weil ich zu viele Tiere hatte für die Boxen. Ich hatte ja 18 freie Boxen, habe 20 Kälber gekauft. Und da kann es gut sein, weil ich jetzt quasi zwei Tiere über Bestand hatte, dass mein Pferd deshalb gestorben ist. Also war es vielleicht doch nicht so clever. Ja, minus eins habe ich nämlich jetzt noch. Also sollte man beim Kaufen vielleicht doch schon auf die freien Stelle achten. Also die weiblichen Rinder werden zu Milchkühen, was uns Milchproduktion bringt. Insofern behalten wir die mal. Die männlichen Rinder werden zu Bullen. Das ist prinzipiell schön. Aber wir brauchen zwei. Zwei müssen wir verkaufen, weil einen sowieso, weil uns der Slot fehlt und einen zweiten, damit wir Platz haben für das Ackerpferd und dass uns das nicht gleich wieder wegstirbt. Ich habe auch noch nicht genug Geld, um mir ein Ackerpferd zu kaufen. Also schauen wir erst mal hier. Ich hatte ja um die 1800 bezahlen müssen an Zinsen und wenn ich jetzt die Kartoffeln verkaufe, bekomme ich so 4,5 zwischen 4,5 und 5,000 Mark raus. Das ist eigentlich, hat sich das gelohnt, die Ackerfläche zu kaufen, trotz der Zinsen, die ich zahlen musste. Einfach nur, wenn ich den Ertrag der der Kartoffeln hier berücksichtige, die ich auf der Fläche angebaut habe. Dass ich mir jetzt natürlich noch zusätzlich ein Pferd leihen musste, war ein bisschen blöd, aber das hat ja nichts mit der Ackerfläche zu tun. Und das war tatsächlich im Original auch so, ich spiele es jetzt halt mit dem Controller. Das war tatsächlich in der Zeit auch so, dass man mit dem Joystick da immer so ein bisschen übers Ziel hinausgeschlossen ist bei dem Einstellen. Auch wenn das mit dem Einstellen prinzipiell ziemlich cool funktioniert. Und wir sehen Getreide. Der Preis, glaube ich, vorhin in der letzten Runde war so um die 90 oder irgendwas. Jetzt sehen wir hier 124 Prozent, na Cent sind es immer. Das ist schon ziemlich gut, deswegen verkaufe ich das jetzt einfach mal alles mit. Außerdem bräuchte ich das Geld, um mir ein Pferd zu kaufen. So, dann gehen wir nämlich jetzt mal direkt in den Pferdestall, bevor wir irgendwann anderes machen und kaufen uns ein neues Ackerpferd. So, jetzt haben wir noch 2700. So, jetzt könnte ich die sieben Rinder verkaufen und mir sieben Kälber kaufen. Dann hätte ich die Chance, dass wieder Milchkühe rauskommen, indem ich nämlich weibliche Rinder kriege am nächsten. Außerdem bringen die die weiblichen mehr im Verkauf, wie wir hier sehen, 1200 im Vergleich zu den männlichen Rindern. Allerdings, wenn ein Kalb zu einem männlichen Rind wird, gewinne ich quasi 500 Euro, 500 Mark pro Runde. Wenn ich das männliche Rind jetzt behalte und zum Bullen werden lasse, bekomme ich auch 500 Mark pro Runde dazu quasi, weil es 500 Mark an Wert steigt. Ich habe allerdings die Pflegekosten und ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mal davon ausgehen, dass die Pflegekosten für den Rind höher sind als für den Kalb. Deswegen verkaufe ich jetzt mal lieber die männlichen Rinder. Das müssen wir vielleicht tatsächlich dann mal ausprobieren, wie genau die Kosten dann aussehen. Das müssen wir aber in so einem exemplarischen Spiel mal machen, wo man einfach nur männliche Rinder hat, gucken, was man für die, was man bezahlen muss und eine Runde, wo man nur Kälber hat und guckt, was einen das dann kostet, um zu sehen, wie sich das verhält im Wert. Aber jetzt bin ich schon eine halbe Stunde am Labern und habe eigentlich gerade erst anderthalb Runden gespielt. So, also dann verkaufen wir die mal. Was ich jetzt lieber machen werde, ist, weil ich jetzt nämlich in der nächsten Runde ja dann noch elf Milchkühe habe, dass ich mir jetzt mal einen Zuchtbullen kaufe, dass ich nämlich die Kälber nicht immer selber kaufen muss. So, weil so ein Zuchtbulle mit zehn Milchkühen oder so, das ist schon mal ein ganz gutes Verhältnis. So, jetzt habe ich immer noch sechs freie Boxen und die kann ich erst mal jetzt, dann hole ich mir einfach nochmal sechs Kälber. Habe ich das genug? Ne, habe ich nicht genug Geld für. Sehen wir aber, sieben sowieso nicht. Das ist halt ein bisschen arg empfindlich hier mit dem Stellrad, aber sechs müsste auch zu viel sein. Ich habe ja nur 3000, also nehmen wir mal fünf. Jetzt sind wir zwar wieder hart am Limit hier und haben wieder kein Geld mehr übrig für unsere Kosten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder Zinsen zahlen müssen. Aber ich hoffe mal, dass der Ertrag höher ist als die Zinsen. So, also wir müssen nicht neu bestellen. Was wir hier eingetragen haben, das merkt er sich, solange bis wir es ändern. Das heißt, wir sind jetzt erst mal so weit durch. Ackerfläche können wir uns diesmal auch nicht kaufen, also gehe ich jetzt einfach mal direkt zu Runde drei. So, wir sehen, für Heu haben wir relativ viel bezahlt, für Hafer. Heu wird für die Rinder sein. 150 Hafer fürs Pferd, Kälberzucht 790, Knechte 9000. Da weiß ich aber nicht, bei Knechten und Heu, ich weiß nicht, ob jetzt beim Heu die Kälber dabei sind oder nur die Rinder und quasi die Futterkosten für die Kälber bei Kälberzucht mit dabei sind oder ob das Extrakosten sind. Da bin ich mir, wie gesagt, nicht so sicher, ob es sinnvoller ist, ein männliches Rind zu verkaufen und ein Kalb zu kaufen oder ein männliches Rind noch zum Bullen werden zu lassen. Ich glaube, ich werde es in Zukunft mal lieber zum Bullen laufen lassen mit der Kälberzucht Extrakosten. Ich gehe mal davon aus, dass das Heu auch für Kälber ist, weil die müssen ja auch immer was fressen und Kälberzucht wird wahrscheinlich ein Zusatzposten sein. Ich hatte jetzt 5, 5 waren es, glaube ich, gekauft, 790. Das sind schon nochmal 100 oder so pro Kalb 100 Ungerade. Da hätte ich wahrscheinlich mehr Geld gemacht, wenn ich mehr Geld gemacht, wenn ich die männlichen Rinder behalten hätte und sie erst als Bulle verkauft hätte. So, wir sehen unten wieder hier, wir haben eine Milchkuh gehabt und wir hatten einen Zuchtbullen, deswegen haben wir einen Kalb bekommen. Die Kälber, oder die 11 weiblichen Rinder sind jetzt allerdings zu Milchkühen geworden, deswegen haben wir jetzt 12. Das heißt, ab der nächsten Runde ist unser Zuchtbulle eigentlich effektiver. Das heißt, ich hätte eigentlich noch eine Runde warten sollen mit dem Kauf des Zuchtbullen und lieber noch ein Kalb mehr kaufen für den leeren Stall, den leeren Stallplatz, den ich noch hatte oder ich hätte mir vielleicht tatsächlich auch einen Stall mal kaufen sollen, dass ich direkt mehr produzieren kann. Das ist natürlich so ein bisschen zweischneidig. Zum einen bringt die Rinderzucht doch einiges ein, zum anderen muss man aber auch sehen, wenn man jetzt am Anfang sehr viel Geld steckt, also ich spiele jetzt alleine, das ist nicht so wichtig, aber wenn man am Anfang, wobei man hat ja auch noch 35 Runden, bis das Spiel vorbei ist. Mein Ackerfährt hat übrigens auch überlebt, das finde ich sehr schön diesmal. Und wir haben 17.000 Kosten mit 3.000 Mark Zinsen, das ist auch schon mal einiges. Ich kann einfach noch mal zum Pferderennen gehen. Nussknacker, Kolumbus, Holorelei kommt mir auch bekannt vor. Ich weiß allerdings nicht, warum. Da haben wir Hosen, Mats, nein. Jetzt habe ich aus Versehen 1.000 gewählt. Und ich kann jetzt leider auch nicht zurück. Ich meine aber, Hosenmatz war auch nicht so verkehrt. Vielleicht haben wir jetzt zweimal Glück. So, und während das Rennen hier läuft, also wenn man allein spielt, ist es nicht so schlimm, aber wenn man, gerade wenn man jetzt mit anderen Mitspielern spielt, ist natürlich so eine Sache, die Rinderzucht ist zum einen vergleichsweise einträglich. 4 zu 11, das geht ja noch. Vergleichsweise einträglich, aber wenn man sich halt zu lange auf die Rinderzucht versteift, versäumt man vielleicht, Ackerflächen zu kaufen. Und wenn dann die anderen Mitspieler einem die Ackerflächen wegkaufen, dann wird es halt später schwierig oder unmöglich, noch mit Landwirtschaft auch noch Geld zu verdienen, weil dann halt die ganzen Ackerflächen wechseln. Und ich glaube, die 1000 Mark habe ich in den Wind geschossen hier. Satan ist ganz vorne mit dabei, sehr schön mit Loreley, aber Loreley schafft es auch nicht mehr aufzuholen. Und Hosenmatz, vielleicht hatte ich die noch falsche Erinnerungen. Also Satan scheint hier ziemlich mächtig zu sein. Sebrise kommt noch ein bisschen ran, aber schafft es auch nicht mehr, ihn zu überholen. Der Satan hat gesiegt, die Welt geht vor die Hunde. Ja, also wie gesagt, das ist ein Glücksspiel und ich glaube auch, dass ich jetzt erst mal, solange ich dann keine eigenen Rennpferde habe, jetzt auch nicht unbedingt jede Runde hier zum Pferderennen gehen. Trocken und kalt, das ist mal richtig scheiße, was den Ertrag angeht. Das sehen wir auch. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, um die 50 oder so Getreideertrag. Jetzt sind wir bei 40. Also es ist jetzt schon, Spaß ist anders. Wenn man natürlich ein bisschen Pech hat und ein paar Mal hintereinander schlechtes Wetter hat, kann es auch sehr schnell eklig werden. Und ich bin jetzt 20.000 in den Miesen, das ist schon mal ziemlich ungünstig. Aber ich kann ja ein bisschen Kohle machen. So, ich hatte alle männlichen Rinder verkauft, deswegen habe ich jetzt keine Bullen, die ich verkaufen kann. Wir sehen auch hier, auch die Preise für die Tiere variieren so ein bisschen. Vorhin waren es ja noch 1.500, irgendwas für die Bullen, jetzt sind es 1.400. Ich habe eine freie Box, da bin ich mir gar nicht so sicher, warum, aber das ist eigentlich okay so, weil dann nämlich mein eines Kalb ja erwachsen wird. Und das kann dann in die Box rein. Weideflächen habe ich 2 mit jetzt schon vergleichsweise vielen Tieren. Deswegen muss ich da auch mal auf mittelfristige Sicht mal ein bisschen schauen, dass ich mir eine neue Weidefläche gekauft kriege. Wald haben wir nicht, Pferdestall haben wir nur unser Ackerpferd. Ich habe jetzt tatsächlich den Zuchtbullen eine Runde zu früh gekauft. Das war jetzt ein bisschen blöd, weil je länger man ihn hat, das ist halt Lebenszeit vom Zuchtbullen. Der wird irgendwann sterben und wenn ich ihn jetzt halt kaufe und eine Runde nicht wirklich nutzen konnte, weil er jetzt quasi nur einen Kalb gemacht hat, war das so ein bisschen vergeudet. Aber gut. So, dann schauen wir mal, wie viel wir hier rauskriegen. Wir verkaufen mal alle Rüben, weil wir die sowieso nicht lagern können. 471 weg. Zum Preis von 8. Das geht halt so. Hilft mir jetzt auch nicht so wirklich aus der Misere. Wir haben Kartoffeln. 285. Auch nicht so geil. 12.000 im Miesen. Also ich könnte jetzt das Getreide verkaufen für 82. 82 ist allerdings auch nicht so geil, weil vorhin hat man 124. Also lasse ich es jetzt einfach mal liegen im Silo und hoffe, dass ich nächstes Jahr mehr dafür bekomme. Was ich vielleicht jetzt tatsächlich auch schon machen sollte, ist, ich sollte ein bisschen mehr von nix kommt nix. Ich werde mal die Rüben abstellen und ein bisschen mehr auf Getreide gehen. Ich kann ja mein Getreide im Silo lagern und wenn ich halt eine Runde Zinsen zahlen muss, dann ist es halt so. Aber dann, dass ich zusehen kann, dass ich ein bisschen Getreide gesammelt kriege und dann zu guten Preisen verkauft bekomme. Die Kartoffeln behalte ich aber mal noch auf einem Feld, weil die doch ein bisschen mehr Geld bringen. Ich habe jetzt gerade gesehen, die Rüben, die ich verkauft habe, das waren ja nur ein Drittel von dem, was ich an Geld gemacht habe und die Kartoffeln deutlich mehr. Die schwanken zwar im Preis ein bisschen mehr, die Kartoffeln, aber da ist der Gesamtertrag vielleicht potenziell ein bisschen höher als bei Rüben. Deswegen nehme ich jetzt mal lieber die Kartoffeln als die Rüben. Außer im Jahr mit ganz beschissenem Kartoffelpreis nächstes Jahr. Das müssen wir nochmal sehen. Und das Getreide heben wir mal auf, weil selbst wenn ich es verkaufen würde, wäre ich im Minus und könnte sowieso nichts machen. Das heißt, ich lasse das Getreide dann hier jetzt einfach mal liegen und schaue mal, wie sich der Preis im nächsten Jahr entwickelt. 17.000 Kosten, richtig finster. Ich habe zwei Bullen, genau, meine zwei männlichen Rinder sind zu Bullen geworden. Meine drei weiblichen, also das eine weibliche, was wir jetzt noch haben, ist das eine Kalb von vorher. Wir sehen, wir haben elf neue Kälber bekommen und wir haben drei weibliche Rinder, haben aber nur zwei dazu bekommen. Also wir haben nur elf Kälber, das heißt, eine Milchkuh ist gestorben, deswegen hatten wir nur noch elf und deswegen haben wir auch nur elf Kälber gekriegt. Und deswegen haben wir jetzt auch nur zwei Milchkühe dazu gewonnen, obwohl wir drei weibliche Rinder verloren haben. Also wir haben eine Milchkuh ist gestorben, wir haben jetzt aber auch schon relativ viele, deswegen sollte ich möglichst auch mal irgendwie an eine Weide denken oder tatsächlich auch ein paar Milchkühe verkaufen. Allerdings, solange wenn ich mehr Milchkühe habe, als der Zuchtbulle bewältigen kann, ist es vielleicht auch ungünstig, dann sollte ich lieber noch ein Silo kaufen und dann sehen, dass ich mir eine Weide gekauft kriege, damit ich die Produktion hier, die Rinderproduktion am Laufen halten kann. Und, also wir sehen, wir haben 14.000 für Milch bekommen und wir haben 17.000 an Kosten, das heißt, wir haben 3.000 Miese gemacht, die Runde. 3.000 Miese ist allerdings nicht so schlimm, weil wir haben ja vorhin, in der letzten Runde haben wir mit schlechter Ernte, wegen schlechtem Wetter, haben wir Kartoffeln und Rüben verkauft und haben da so um die 6.000, 7.000 für bekommen. Also es ist schon eine ganz gute Bilanz. Wir müssen jetzt natürlich wieder 3.000 Zinsen zahlen, weil wir halt im Miesen sind, aber so ist es halt. Und dann gehe ich mal diesmal nicht zum Pferderennen. Man könnte sich das jetzt angucken, wie die Pferde laufen, aber das kann man da machen, wenn man häufiger spielt, dass man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, welche Pferde eher mal gewinnen. Und da ich eh brachial im Miesen bin, muss ich jetzt auch nicht nochmal wieder 500 Mark verwetten. Trocken und warm ist, glaube ich, ganz gut. Wobei nass und warm vielleicht noch besser ist. Ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es gibt die 4 Stufen. Nass, kalt, nass, warm, trocken, warm, trocken, kalt. Ich glaube, trocken, warm ist die zweitbeste. Nass, warm müsste besser sein, aber da bin ich auch nicht mehr ganz sicher. So, und wir haben 1 Cent Getreide verloren, was schon ziemlich schlimm ist, weil wir, glaube ich, bloß 20 oder so eingelagert haben. Aber so ist es halt. Auch im Silo geht mal was verloren. Also das Silo heißt auch nicht, wir können es jetzt hier 100 Jahre lagern, ohne irgendwelche Probleme zu kriegen. Ist ja eine Realität auch nicht so. Wenn wir jetzt das Silo voll hätten und wir müssten was außerhalb vom Silo lagern, dann wäre es natürlich richtig scheiße, weil dann würden wir richtig was verlieren. So, also wir verkaufen erst mal die Kartoffeln, da haben wir sowieso nicht die Wahl. 268 weg. Jetzt sind wir immer noch hart im Minus. Ich gehe aber erst mal in den Kuhstall, bevor ich überlege, ob ich Getreide verkaufe, weil wir haben nämlich hier auf jeden Fall 2 Bullen, die wir verkaufen können. Das ist schon mal ein bisschen Geld. Wir haben noch ein weibliches Rind, das lassen wir mal. Das kann eine Milchkuh werden. Wir haben elf Kälber, das ist auch okay. Und wir haben drei freie Boxen. Können jetzt leider keine Kälber kaufen, um die Boxen zu nutzen. Das ist halt blöd, aber so ist es halt. So, wenn wir jetzt wieder auf den Acker gucken, ins Silo. Wir haben 233 Getreide. Für 92 ist jetzt nicht so ein geiler Preis. Also unter 100 für Getreide ist es schon immer ein bisschen schwierig. Wenn ich das jetzt verkaufen würde, hätte ich etwa, also wenn es 100 wären, hätte ich so um die 20.000, ein bisschen über 20.000. Das heißt, ich verkaufe jetzt einfach mal, um meine Miesen ein bisschen zu reduzieren, verkaufe ich einfach mal 133. Dann habe ich noch 100 im Lager und ich habe meine Schulden ein bisschen abgetragen, dass ich nicht so viel Zinsen zahlen muss. Um dann beim nächsten Mal ein bisschen besser dazustehen und vielleicht in der nächsten Runde auch schon wieder was kaufen zu können. Und wie man jetzt schon sieht, habe ich jetzt schon drei oder vier Runden gespielt und es sind ja bloß 35. Also wenn man jetzt nicht so viel labert nebenher wie ich, sondern es einfach hart durchspielt, geht das schon relativ schnell, dass das Spiel zu Ende ist. Egal, ob man jetzt König geworden ist oder nicht. Und deswegen wäre es halt schon cool, wenn das so lange laufen würde, bis mindestens ein Spieler König geworden ist und nicht auch nach 35 Runden aufhören würde. Im Rahmen der Prämisse macht das natürlich Sinn, weil der König lebt ja auch nicht ewig. Andererseits ist es schon auch ein bisschen blöd, weil man dann nicht zu Ende spielen kann. Gerade wenn man mit mehreren Leuten spielt, mit den konkurrierenden Ressourcen und so halt nicht beliebig viele Ackerflächen kaufen kann und so, kommt es schon häufiger vor, dass die 35 Runden vorbei sind, ohne dass einer der Spieler König-Status erreicht hat. Und dann ist das Spiel halt trotzdem vorbei. Und das ist halt schon so ein bisschen blöd. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das als hartes Limit auch mit drin haben und auch als Limit, dass man nicht abschalten kann. So, wir sehen hier, wir haben 15.000 für Milch bekommen. Wir haben 17.900 an Kosten. Das heißt, wir haben ein bisschen Miese gemacht. Wir hatten noch 2, was war es, 2.600 an Miesen oder so, hatten wir. Müssten dann jetzt 18.3, so um die 5.000 im Miesen sein. Das heißt, wir müssten so um die 1.000 Euro Zinsen vermutlich zahlen. Nicht mal, 744, das ist schon mal ganz gut. Wahrscheinlich hätte ich noch 20 Getreidezentner verkaufen sollen oder so, dass ich wenigstens irgendwie ein bisschen mit 2.000, 3.000 im Plus bin, weil ich sehe jetzt, also ich sehe jetzt hier zum Beispiel, ich mache so um die 3.000 Miese mit der Bilanz. Das heißt, ich sollte am Ende einer Runde so um die 3.000, 4.000 Mark auf der hohen Kante haben, damit ich hier nicht Zinsen zahlen muss. So, wir sehen, wir hatten ein weibliches Rind. Gott, uns sterben hier die Milchkühe weg. Ich muss echt mehr Weidefläche kaufen oder ich muss eine Milchkühe verkaufen, bevor ich mir Weidefläche leisten kann, weil wir sehen, wir haben ein weibliches Rind gehabt. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich 15 Milchkühe haben, wir haben aber nur noch 12, also haben wir 3 verloren. 3 Milchkühe sind gestorben. Das passt auch, weil wir hatten 14 Milchkühe, haben aber nur 11 Kälber gekriegt. Das heißt, wir haben tatsächlich 3 Milchkühe sind gestorben. Was richtig schade ist, weil das wären 4.500 Mark gewesen, wenn wir die verkauft hätten oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also ich sollte tatsächlich meinen Bestand an Rindern ein bisschen reduzieren, solange ich keine Weiden kaufen kann, weil offensichtlich ist das Problem hier, dass wir nicht genug Weide haben für die vielen Rinder, die wir haben. Der Zuchtbohr und das Ackerpferd haben überlebt, das ist schon mal super. Und von den 11, die 11 Kälber haben auch überlebt, da haben wir nämlich 5 weibliche und 6 männliche Rinder dazu bekommen. So, dann gehen wir mal wieder nicht zum Pferderennen. Wir haben auch noch keine neue Stufe erreicht. Trocken und warm, das ist schon mal ganz gut. Ich hätte jetzt gerne mal noch nass und warm, einfach um zu sehen, was das am Ertrag ausmacht, weil jetzt trocken und warm sind ja so um die 100 Zentner Getreide. Wir haben wieder ein Getreidezentner verloren im Silo, aber das tut uns nicht so weh. So, also da sind wir wieder mit 4,5 in der Miese, aber das ist okay, das können wir glaube ich diesmal erledigen. Das heißt, ich verkaufe jetzt mal die Kartoffeln 275 weg. So, dann gehen wir hier erstmal raus, gucken gleich nochmal wegen Getreide, gucken mal in Kuhstahl. Also, ich habe zu viele Rinder und ich habe auch eh nicht genug freie Boxen. Das heißt, ich werde die 6 männlichen Rinder jetzt einfach mal verkaufen. und ich werde auch mal die 5 weiblichen verkaufen. Obwohl, da warte ich jetzt mal nochmal kurz, bevor ich das mache. jetzt gucke ich einmal nochmal, wie ist denn der Getreidepreis 94 ist jetzt nicht so geil. Dann schaue ich aber nochmal vorher, wie sieht es denn aus mit Weideflächen? 4.700 kostet eine. Da werde ich jetzt auf jeden Fall mal eine kaufen. Und um das Geld dafür zu haben, verkaufe ich jetzt einfach mal 95 Getreide. So, da haben wir nämlich richtig Asche und kaufen uns mal eine Weide. Jetzt sehen wir übrigens, wir haben 21 Weideflächen, sind noch verfügbar. Jetzt kaufe ich eine. Es ist nur noch 20. Und das Limit, wie gesagt, gilt für alle Spieler, auch wenn es vielleicht ein bisschen größer wird an der Zahl. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Und das kann dann schon eklig sein. So, Silos und Ställe sind sackteuer. Das lassen wir mal lieber. Wir haben ein Problem mit sterbenden Rindern. Das haben wir jetzt hoffentlich, wenn nicht gelöst, dann zumindest entschärft. Ich habe aber noch 8.000. Das heißt, ich kaufe mal noch eine Ackerfläche dazu. Da habe ich nämlich vier Ackerflächen. Die kann meinen Ackergaul bewerkstelligen. Und die müssen wir jetzt natürlich bestellen. Und weil wir ein bisschen auf Kohle aus sind, nehmen wir einfach mal noch eine Getreide. Ach so, ich muss natürlich den ich könnte natürlich auch mal voll auf Getreide gehen, weil Getreide ist eigentlich schon ergiebiger. Das heißt, ich werde jetzt mal die Kartoffeln rausnehmen und ich gehe einfach mal volle Kanne auf Getreide. Das ist natürlich schwierig, wenn man ein Jahr hat, aber ich hatte jetzt mehrere Jahre in Folge auch einen schlechten Getreidepreis. Das heißt, ich hoffe mal, dass jetzt irgendwann mal ein Jahr kommt, wo der Getreidepreis mal wieder ein bisschen steigt und baue dann eher wieder Kartoffeln und Rüben an, wenn ich ein bisschen mehr Ackerflächen habe oder wenn mein Getreidesilo voll ist. So, das war das. Jetzt können wir noch mal in den Kuhstall gucken. Wir haben noch eine freie Box. Und ich habe aber, das ist so ein bisschen das Problem, ich habe elf Kälber, das heißt, ich brauche elf Boxen, das heißt, ich muss eigentlich zehn Boxen freiräumen. Das heißt, ich verkaufe mal die fünf weiblichen Rinder. Vielleicht ist es auch gar nicht die Weidefläche, vielleicht ist es auch der Mangel an Plätzen. Weil ich brauche dann elf Boxen, wenn die Kälber erwachsen werden. Ich habe aber nur sechs, also verkaufe ich mal noch fünf Milchkühe. So, jetzt haben wir nämlich die elf Plätze, die wir für die Kälber brauchen. Sieben Milchkühe, ist der Zuchtbulle wieder nicht ganz so ausgelastet. Das ist ein bisschen blöd, aber so ist es halt. Und ich habe jetzt tatsächlich relativ viel Geld gewonnen dadurch. Jetzt könnte ich einen Stall kaufen. Das werde ich jetzt auch mal machen. Ich werde mal einen Stall kaufen, dass ich ein bisschen mehr Rinder halten kann. Ich habe ja auch eine Weidefläche gekauft. Einfach um jetzt mal zu sehen, ob das Sterben von meinen Rindern so ein bisschen ein Platzproblem war oder ein Weideflächenproblem. Weil da kann ich nämlich jetzt mit der erhöhten Stallmenge, wir sehen jetzt übrigens hier auch, jetzt sehen wir, wir haben hier zwei Stelle jetzt in unserem Main Screen. Das wird dann quasi geupdatet, wenn man mehr mehr Stelle hat. Und wir haben auch direkt schon mehr Fläche. Das heißt, ich kann eigentlich mein restliches Geld kaufen. Ja, machen wir einfach, kaufen wir nochmal zehn Kälber. Ich wollte zwar eigentlich immer ein bisschen Geld behalten, dass ich keine Zinsen zahlen muss, aber jetzt sind es halt nur 495. Egal, aber muss ja auch mal zu was kommen und vielleicht klappt das dann so. Das war richtig, richtig mies jetzt, weil wir leider kaum Milchkühe noch hatten und aber jetzt einen Haufen Kälber, die jetzt richtig Kohle kosten. Deswegen und unser Zuchtbulle ist gestorben, verdammt. Das heißt, wir haben keine neuen Kälber. Das heißt, den Zuchtbullen zu kaufen am Anfang, das war jetzt echt ein mieses Geschäft. 3000 Zinsen, weil wir hier richtig 15.000 Nasse gemacht haben dieses Jahr, eine Milchkuh verloren. Uiuiuiui, das war jetzt glaube ich nicht so gut. Jetzt noch Geld beim Pferderennen verspielen, das ist vielleicht auch nicht so geschmeidig. Nass und warm, 49. Ist jetzt nicht wirklich 49 pro Morgen, wir haben ja 4 Morgen Land. Trocken und warm war deutlich mehr. Also trocken und warm ist tatsächlich das Beste, was den Ertrag angeht. Nass und warm, ich glaube, nass ist tatsächlich immer irgendwie blöd. Da ist glaube ich trocken und kalt noch besser als nass und warm oder so, aber naja, sei es drum, müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Ich weiß auch nicht mehr genau bei trocken und warm, aber ich glaube, bei trocken und warm waren es irgendwie mehr. 80 oder 90 Zentner pro Morgen. Milchertrag pro Q 4000, das war glaube ich auch deutlich weniger beim letzten Mal, weil wir jetzt nämlich mehr Getreidefläche haben, deswegen steigt unser Ertrag pro Q und wir haben 8 Zentner Getreide verloren, nicht nur, weil wir jetzt mehr Getreide eingelagert haben, sondern wahrscheinlich auch, weil es nass ist, weil ich glaube, wenn es trocken ist, verliert man weniger Getreide, weil das dann nicht so schnell gammelt im Silo wahrscheinlich. Also 122, das ist doch schon mal ein vernünftiger Getreidepreis. Das heißt, nein, ich will keinen Flug verkaufen, ich will Getreide verkaufen. 388. So, da haben wir mal richtig Asche gemacht, sehr gut. Da hat es sich auch gelohnt, dass wir das ein bisschen gesammelt haben, das Getreide, hoffentlich. Wir haben ja nur 8 verloren, das ist jetzt nicht so schlimm. So, wir haben unseren Pferdestall, da haben wir unser Ackerpferd, das ist okay, solange wir nicht mehr Acker kaufen, brauchen wir auch kein weiteres Pferd, Wald haben wir nicht. So, hier werde ich jetzt auf jeden Fall wieder einen Zuchtbohlen kaufen, ich habe 11 freie Boxen, das heißt, ich könnte eigentlich locker 11 Kälber noch kaufen, oder ich kaufe mal 10 Kälber, dann kann ich nämlich noch ein Ackerpferd kaufen, ein zweites, oh, dann muss ich natürlich auch einen Flug kaufen, einen zweiten, sonst muss ich mir gleich einen Flug leihen, es läppert sich alles zusammen, wenn man mal wieder über so eine Grenze kommt. Ich hätte es auch lassen können, dann hätte man sich jetzt, hätte man jetzt halt die Meldung gekriegt, dass man sich einen Flug leihen muss und so, ein Pferd leihen muss, dann hätte man halt gesehen, dass es so ist, aber ich glaube, bei vier morgen war die Grenze, aber ich kann es bei der nächsten Grenze, bei acht ja mal lassen und dann sieht man auch nochmal, wie sich das verhält, mit der Menge an Pferden und Pflügen, die man braucht. Der Preis hier, der schwankt auch so ein bisschen, 5.900 ist jetzt schon richtig teuer für den Acker. Ich glaube, der hat aber beim letzten Mal irgendwie deutlich weniger gekostet. Da muss man auch, wenn man häufiger spielt oder jede Runde mal reingucken und so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, in welchem Bereich sich die Preise bewegen. 5.900 erscheint mir aber echt viel, ich glaube, so viel hat er letztes Mal nicht gekostet, also lassen wir das mal lieber und kaufen uns die Ackerfläche nächstes Mal. Jetzt hätte ich mir natürlich auch das Pferd sparen können. Wobei ich das Pferd auch wieder verkaufen kann für 3.100. Das ist nämlich das Gute jetzt, man kann es ja auch wieder verkaufen, also wenn man es jetzt kauft und direkt wieder verkauft, macht man halt auch nicht wirklich miese. Was ich aber glaube ich nicht verkaufen kann, ist der Flug. Oder kann ich den auch verkaufen? Müsste eigentlich auch gehen. Den brauche ich ja dann jetzt noch gar nicht, also lassen wir das mal. Dann kann ich auch beim nächsten Mal nochmal den Switch machen. Dann kann ich mir auf jeden Fall aber noch wieder ein weiteres Kalb kaufen, weil ich habe ja dann die Fläche im Stall. Ja, dann behalten wir einfach mal das Geld und hoffen auf bessere Zeiten mit besseren Preisen für Ackerflächen. 7.000 für Milch, 34.000 an Kosten, mal richtig teuer. Okay, also wir haben Acker- und Zuchtbullen ist okay. Wir haben 10 männliche Rinder, sind zu 10 Zuchtbullen geworden, da haben wir nichts verloren. Von unseren 11 Kälbern sind 6 weiblich und 5 männlich, das ist okay. Wir haben 11 weibliche Rinder und wir haben aber eine Milchkuh wieder verloren. Das kann schon mal passieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch an der Weidefläche liegt, weil ich weiß echt nicht so richtig, wie viele Weideflächen man für oder wie viele Kühe auf einer Weidefläche Platz haben oder so. Vielleicht sollte ich da auch nochmal eine kaufen, bei Gelegenheit. Kann ich aber erstmal noch die nächste Runde abwarten, ob wieder eine Milchkuh stirbt oder so, dann sehe ich das vielleicht eher. Und dann wird es jetzt wieder richtig teuer mit den Zinsen, weil ich habe jetzt tatsächlich hier 27.000 Miese gemacht. Das ist schon richtig, richtig schlimm. Und ich habe mich immer noch nicht verbessert. Und wir sind schon im Jahr 1795, also quasi Runde 6. Bei 89 hat es angefangen. Nass und kalt, 24 Zentner pro Morgen, das ist auf jeden Fall deutlich weniger. Also nass und kalt ist auf jeden Fall das Schlimmste, was einem passieren kann. 3700 Liter Milch ist schon mal okay. Jetzt wäre es halt gut gewesen, ich muss es vielleicht doch nochmal ein bisschen verteilen. Jetzt wäre es gut gewesen, wenn ich nicht nur Getreide anbauen würde. Also der Preis ist noch halbwegs okay. Das heißt, ich haue jetzt mal mein ganzes Getreide raus. 906, schön wäre es, wenn ich so viel hätte. Und werde mal ein bisschen diversifizieren, wie man so schön sagt. Zweimal Getreide, einmal Kartoffeln, nein, einmal Kartoffeln und einmal Rüben anbauen. So. Ja, da hat sich der Reichtum direkt auch schon nach einer Runde nichts aufgelöst, wenn man einfach nur mal scheiß Wetter hatte, wie es halt so ist als Bauer. Ein Jahr, ein blödes Wetter und das haut gleich richtig hart ins Kontor. So, wir können auf jeden Fall die 10 Bullen verkaufen, die verursachen nur Kosten. Das bringt jetzt nichts, die zu behalten. Das ist schon mal ein bisschen Geld. Wir haben Zuchtbullen, das ist super. Wir haben die männlichen Rinder, 1300 ist jetzt auch nicht so geiler Preis für einen Bullen. Das heißt, die können wir noch ein bisschen hoch züchten. Wir haben 16 Milchkühe, da schauen wir mal, schauen, ob der Zuchtbulle da so schafft. Deswegen würde ich jetzt auch nicht Kälber dazu kaufen. Ja, wenn ich jetzt eine Ackerfläche kaufen würde, müsste ich halt, zumindest wenn ich sie bestelle, 6700 wird ja immer teurer, der Spaß. Wenn ich sie bestellen würde, müsste ich, das ist übrigens ja auch der Punkt, wenn ich jetzt 5 Ackerflächen hätte und 4 würden bedient werden können pro Pferd und Flug. Wenn ich dann nur 4 von den 5 bestelle, dann muss ich auch kein Pferd und Flug leihen, weil ich das eine ja brach liegen lasse. Wobei die Kosten fürs Leihen jetzt nicht so der Killer sind im Vergleich zum Ertrag. So, wir sehen, Pferd und Zuchtbulle haben überlebt. Unsere 5 männlichen Rinder sind zu Bullen geworden, ist auch okay. Unsere 5 Kälber sind 3 weiblich, 2 männlich, ist auch okay. Unsere 6 weiblichen Rinder sind hinzugekommen zu unseren bestehenden 16 und wir haben 16 Kälber. Alles hat überlebt, saugut. Wir haben 16.000 für Milch bekommen, 32.000 an Kosten, haben also wieder 16.000 Miese gemacht, 10.000 hatte ich glaube ich noch, 6.000 Miese, dann sind es mal locker wieder so 1.200 Zinsen oder so, 1.000 Zinsen, okay. Und wir müssen auch nicht zum, ich kann ja mal gucken, einfach mal wer so läuft. Alle paar Jahre kann man ja mal auf die Rennbahn gehen. Durchfall, Zeus, Wunderling, Iwilnich, Staprie, Lorelei, Pappnase und Baldrian. Die sagen mir jetzt alle irgendwie nix. Lorelei lief vorhin in dem anderen Rennen, da war sie auch dabei, war sie irgendwie so semi gut, weiß ich auch nicht, ob das sein muss, also wette ich mal lieber nicht. Wir müssen uns aber trotzdem das Rennen angucken, großer Preis von Baden-Baden, sieht man einen an. Kann man leider nicht überspringen. Wunderling hat die beste Quote, wenn ich das gerade richtig sehe, auf die Schnelle. Ja. Hilft uns aber auch nicht, weil die Quoten wissen wir ja vorher nicht, wenn wir wetten, also wir können nicht einfach sagen, wir wetten auf den mit der besten Quote und erhoffen, dass er auch wirklich gewinnt. Sieht aber tatsächlich so aus, dass der Wunderling gar nicht so verkehrt ist. Also es kostet immer relativ viel Zeit, wenn man sich die Rennen hier anguckt. Wenn man jetzt allerdings spielt und es nicht irgendwie aufnimmt und die Zeit versucht zu füllen, ist es gar nicht so verkehrt, jede Runde hinzugehen, gerade auch am Anfang, wenn man das Spiel noch nicht oft gespielt hat, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Pferde tatsächlich ganz gut sind und welche nicht so gut sind, wie zum Beispiel die Pappnase hier. Es liegen keine Wetten vor. So, ich habe es immer noch keine Stufe geschafft und wir sind schon im siebten Jahr. Trocken und kalt. 36, genau, nass und kalt hatten wir im letzten Jahr, da hatten wir so irgendwas in den 20ern Zentner pro Morgen Getreide. Jetzt haben wir trocken und kalt, das ist 36, das ist ein bisschen besser. Also ich glaube, es ist tatsächlich nass-kalt, trocken-kalt, nass-warm, trocken-warm sind die Stufen vom Ertrag her von schlecht nach gut. Also wir müssen auf jeden Fall die Rüben und Kartoffeln verkaufen, da hilft ja nix, also weg damit. Acht ist jetzt auch kein so ein geiler Preis, 4.017 wäre geil, wir haben aber noch 417. Und die Kartoffeln hauen wir auch raus, 303 Zentner, Stück hätte ich beinahe gesagt. So, 100 für Getreide geht so, ne? Das lasse ich aber vielleicht dann doch lieber mal im Silo, bis es was Besseres gibt und halte mich mit Kartoffeln und Rüben am Leben, am Laufen. So, dann haben wir hier unseren Kuhstall, wir können wieder 5 Bullen verkaufen. So, wir haben 11 freie Boxen, 22 Milchkühe, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele tatsächlich Einzuchtbulle schafft, wie viel Milchkühe, bis man sich einen zweiten kaufen muss. Also, das ist so weit alles okay, wir haben 7.000 an Kapital, dann können wir mal ins Büro gucken, Ackerfläche 5.000. Jetzt wird es wieder ein bisschen billiger zumindest. Silo bräu noch nicht, das war noch nicht voll, Stelle ist momentan auch nicht so schlimm. 4.000 für eine Weidefläche. Da ich jetzt ja allein spiele und mir keiner die Ackerflächen wegkaufen kann, kann ich mir auch Weideflächen kaufen, wollte ich gerade sagen, aber andererseits habe ich natürlich dieses 35 Runden Limit, also ich sollte schon irgendwie zu Potte kommen. Also, hauen wir einfach mal rein und nehmen uns noch eine Ackerfläche. Solange keine Rinder sterben, scheint das mit den Weideflächen ja okay zu sein. Jetzt muss ich mir natürlich ein Ackerpferd kaufen, das kann ich nicht, also muss ich es mir leihen. Ich kann mir allerdings einen Flug kaufen, dass ich mir wenigstens den nicht leihen muss. Und dann sehen wir jetzt nämlich auch, ob die 4 Flächen pro Pferd, ob das wirklich stimmt, weil wenn wir jetzt ein Pferd leihen müssen, dann ist das tatsächlich die Grenze gewesen. Ich meine aber, 4 war die Grenze. 19.000 für Milch, 33.000 an Kosten. Also, wir hatten 22 Milchkühe und 3 auf 25 ist okay. Wir haben auch wieder 22 Kälber, also der Zuchtbulle, der hat es drauf. Und unsere 16 Kälber haben auch alle überlebt. Also, wir haben keine Verluste bei den Rindern. Also, ist die Weidefläche erstmal noch okay. wie es scheint. Also, 13.000 Miese insgesamt. Kostet mich natürlich wieder Kohle. Und das ist natürlich auch so eine Frage, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Kauft man lieber trocken und warm? Saugut. 101 Ertrag. 101 Zentner pro. Saugut. Wir haben zwar 7 Zentner verloren im Silo, aber wir haben einen richtig guten Ertrag. Was soll ich jetzt sagen, wenn wir mit mehreren Leuten spielen, wir müssen natürlich überlegen, ob man lieber sich die Ackerflächen kauft und so, solange man es kann, bevor die anderen sie wegkaufen und dann hat man halt das Problem, dass man Zinsen zahlen muss. Oh, wir mussten uns gar kein Ackerpferd leihen. Vielleicht war es doch nicht 4, vielleicht waren es 5 oder so. Ne, ich bin ja auch bescheuert. Ich habe es nicht bestellt. Oh, ne, jetzt hatten wir so ein gutes Jahr, Getreidejahr, und ich habe eine Fläche gekauft, aber nicht bestellt. Ich bin so blöd. Aber der Getreidepreis ist schlecht, das heißt, wir werden mal nur die Kartoffeln und Rüben verkaufen. 5, 2, was allerdings auch ein bisschen Sinn macht, dass der Preis jetzt schlecht ist, weil das halt ein Jahr ist mit einem guten Ertrag. Das heißt, jeder hat einen super Getreideertrag, was ja auch logischerweise dazu führen müsste, dass der Getreidepreis niedrig ist, weil halt einfach das Angebot zu groß ist. Aber wir haben ja noch Platz im Lager, also kein Problem. Wir haben allerdings auch ein ziemlich großes Loch in der Geldbörse und wir haben 5 freie Boxen zu wenig. Also verkaufen wir auf jeden Fall mal die Bullen und ich verkaufe auf jeden Fall drei von den männlichen Rindern. und gehen wieder mit einem Minus in die nächste Runde. 16.000 für Milch, 42.000 an Kosten, die Knechte kosten richtig Geld, das Heu kostet richtig Geld, Kälberzucht so ein bisschen, die Zuchtbulle und Ackerfährt hat überlebt, männliche Rinder haben überlebt, vier Milchkühe sind gestorben. Uh, das ist nicht gut, vier Milchkühe sind gestorben, die Kälber haben überlebt. Also habe ich jetzt doch langsam und 6.000 Zinsen knapp. Und jetzt muss ich mir ein Ackerfährt leihen, genau. Also vier Felder, vier Morgen pro Pferd. Uh, er springt. Also wir haben eine Stufe, sind wir weitergekommen, einfach dadurch, dass wir viel Fläche besitzen und so weiter. Also es spielt alles so ein bisschen rein, wie viel Gebäude hat man, wie groß ist das Haus, etc. Trocken und kalt ist nicht so geil, 40 Morgen, 40 Zentner pro Morgen Getreide, so sehen wir wie gut, wir haben 20 Zentner Getreide verloren. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Ding, weil ich habe auch relativ viel drin, da ist 20 jetzt vielleicht nicht so viel, aber wenn ich sie für 100 verkauft hätte, jetzt sind sie noch 93 wert. Also ich lasse mal, das auf jeden Fall alles noch im Getreidelager, Silo. Verkauf mal wieder hier meine Rüben und meine Kartoffeln. 305 und dann muss ich auf jeden Fall mal noch eine Weidefläche besorgen, weil das mir die Milchkühe so wegsterben, das ist nicht so geil. Wahrscheinlich bin ich jetzt eine Stufe weiter, weil ich so viele Rinder habe. Ich habe hier so ein kleiner Rinderbaron. Bin zwar verschuldet wie Sau, aber das ist ja egal, ob es einmal fährt einen dicken Benz, auch wenn man ihn auf Kredit gekauft hat, dann glauben die Leute, man wäre geil. So funktioniert es ja in der Welt. Auch wenn man nur ein erbärmliches Würstchen ist, das nicht mal das Auto bezahlen kann, das er fährt. Anstatt sich da ein günstigeres zu kaufen, muss man ihn trotzdem mit einem Protzwagen kaufen. So, also wir haben relativ viele. Also der Zuchtbowler hat zwar alle Milchkühe bedienen können, aber jetzt so groß ist der Unterschied nicht und ich brauche das Geld. Ich werde jetzt auf jeden Fall einfach mal die alle verkaufen. sieben freie Boxen. Dann werde ich auf jeden Fall mal hier zwölf kommen ja nach. Also werde ich hier mal 13 Milchkühe verkaufen. So, jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld. Von dem bisschen Geld gucke ich mal, ob ich da eine Weide bekomme. Oh ja, die ist sogar relativ günstig. Das heißt, wir kaufen mal eine Weidefläche dazu in der Hoffnung, dass dann unsere Milchkühe ein bisschen besser dastehen. Und jetzt haben wir auch schon muss noch 1400. Da können wir nicht viel mitmachen. 17.000 für Milch. 41.000 an Kosten. Ja, die Viehzucht, die kostet schon richtig Kohle. Vielleicht sollte jetzt auch erst mal ein bisschen auf Ackerbau gehen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Ich sollte wahrscheinlich den Bestand von Milchkühen auf einem gewissen Level lassen. Da ist mir wieder eine gestorben. Vielleicht sind das einfach auch schon zu viele. Und mit dem Zucht... Oh, mein Ackerpferd ist gestorben. Und ich habe auch nur ein Ackerpferd. Das heißt, ich muss mir jetzt zwei Ackerpferde leihen. Und mit dem Zuchtbullen einfach Kälber generieren und die als Rinder direkt verkaufen. Gar nicht bis zu Bullen und so weiterlaufen lassen, weil das Heu ist halt schon richtig teuer. 4.400 Zinsen. Zwei Ackerpferde leihen. Deswegen ist es halt auch schon mal schon ganz gut. Und ich bin schon wieder zurückgefallen auf Stufe 1. Weil ich so viele Rinder verkauft habe. Nass und warm sind 52. Da sind wir ein bisschen besser als trocken und kalt, glaube ich. Aber ich glaube, nass und warm und trocken und kalt gibt es jetzt nicht so viel. 23 Zentner Getreide verloren. Auch nicht so geil war. Also hauen wir mal die Rüben raus. 711. Und hauen wir mal die Kartoffeln raus. 384. Aber der Getreidepreis mit 110, der ist doch ganz okay. Und da ich so tief in den Miesen bin und Ackerpferde brauche und so, haue ich jetzt einfach mal hier richtig auf die Kacke, dass wir mal Kohle haben. So, jetzt haben wir nämlich das. So, dann brauche ich auf jeden Fall zwei Ackerpferde. So, dann haben wir ein Problem mit den Stellplätzen im Stall. Das heißt, ich verkaufe mal wieder 11 Milchkühe. Hier wäre jetzt der Unterschied deutlich höher im Preis. Aber ich habe nicht genug Platz. Also, haben wir noch die Neuen auch noch weg. So, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen freie Plätze. Und wir haben richtig Kohle. Das heißt, ich werde jetzt, damit ich mein Ackerpferd auch richtig nutzen kann, auch wenn es gerade wieder richtig teuer ist. Aber was soll's. Zeit spielt ja gegen mich. Gehen wir mal auf 8 Ackerflächen. So, die können wir auch bestellen. Ich kaufe mir direkt mal noch einen Stall dazu, weil ich habe schon wieder so ein Platzproblem. So, dritter Stall. Und Milchkühe will ich ja aufmotzen. Also gehen wir mal auf 5 Weideflächen. Weidezäune kosten zwar auch Geld und alles, aber ist halt so. Hätte ich jetzt vielleicht die Rinder gar nicht verkaufen sollen. Naja, egal. Jetzt haben wir es erstmal. So, dann versuchen wir mal, die Zinsen zu vermeiden und gehen mal mit ein bisschen Kapital raus. Aber bevor ich es wieder vergesse, muss ich natürlich auch noch bestellen, die neuen Flächen. Das heißt, ich gehe mal vielleicht Getreide auf 4. Kartoffeln auf 2 oder Rüben auf 2 oder beide auf 2, beide auf 2. So, haben wir eine Grundversorgung mit den anderen beiden und ein bisschen was für Spekulationsobjekt für das Getreide. Und wir haben noch ein bisschen Kohle übrig und hoffen wir, dass wir diesmal ohne Zinsen durchkommen. Aber natürlich nicht. 22.757.000 Kosten, also wir sind auf jeden Fall wieder in den Miesen gelandet. Uns ist schon wieder ein Ackerpferd weggestorben. So eine Schweinerei. Und wir haben zwei Milchkühe verloren. Kann natürlich auch so ein bisschen am Wetter liegen oder so. Ich muss mir natürlich wieder ein Ackerpferd leihen. Sehr schön. Aber ich bin wieder ein bisschen besser, wahrscheinlich weil ich Ställe und Land gekauft habe. Nass und warm ist auch wieder nicht so geil. Also, dann schauen wir mal. Wir haben hier Acker. Verkaufen unsere Rüben. Ich hatte aber alles an Getreide verkauft und ich habe jetzt doppelt so viel Getreide wie Rübenflächen. Das heißt, ich hätte jetzt 108 Getreide bekommen für die Fläche, auf der ich Rüben anbaue. Und 108 Getreide bei 95 wären knapp 10.000. Und da bekomme ich auch etwas über 10.000. Also, es ist schon okay von der Fläche her. Man kann natürlich, wenn man einen richtig guten Preis hat im Getreide, kann man mehr Geld verdienen. Man hat allerdings so ein solides Grundeinkommen bei Rüben, auch wenn die Wetterlage mal schlecht ist. 1434. Ja, ich kann mich erinnern, jetzt wo ich das so sehe, es gab, glaube ich, immer so Rundungsfehler. Dann muss man dann irgendwie auf 1433 gehen. Na. Das ist aber tatsächlich so ein Problem, das hatte ich damals beim C64 schon mit dem Joystick, dass der gern mal einen zu weit springt. Ja, genau. Das passiert tatsächlich manchmal, dass man da so Rundungsfehler drin hat und dann kann man halt ein weniger nur verkaufen. Das ist wohl noch ein kleiner Bug. Aber so ist es halt. So, jetzt sind wir ein bisschen im Plus. Getreidepreis ist so semi gut. Das heißt, ich lasse das Getreide mal. Ich behalte das mal. Was ich brauche, ist wieder ein zweites Ackerpferd. So, was ich brauche, hier, Stallfläche haben wir eigentlich. Zuchtbulle lebt noch, 30 Milchkühe, ist soweit mal alles okay. Lassen wir das einfach mal so weiterlaufen. Waldfläche. Ja, um mal auf den Königsrang zu kommen, brauchen wir eh ein bisschen Waldflächen. Ja, wobei, muss ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Könnte ein bisschen Holz roden, das bringt auch noch mal ab und zu ein bisschen Geld rein, aber ich habe schon bloß mal 8000 und ich habe jetzt so viel Mehrkosten immer jedes Mal, dass ich mal echt mal versuchen muss, ein bisschen die Zinsen zu vermeiden. 30.000 für Milch, 62.000 Kosten, sehr schön, so viel zum Thema Kosten vermeiden. Wenens hat das Ackerpferd überlebt, die männlichen Rinder haben überlebt, die Kälber haben überlebt. Wir haben 21 Kälber von 30 Milchkühen, wir hatten 9 weibliche, also müssten wir eigentlich 39 haben, wir haben aber nur 6, also 3 sind gestorben, 27, wir haben aber nur 21 Kälber, das heißt, ein Zuchtbude schafft so um die 20 Milchkühe. Das heißt, solange wir nicht mehr Ställe haben und so, könnten wir eigentlich auch unsere Milchkühe verkaufen. Weil ein zweiter Zuchtbude macht keinen Sinn, weil dafür haben wir nicht genug Platz an Stellen momentan. Schön, wie er da springt. Nass und kalt, selbstverständlich. Und unsere ungeraden Rüben sind verloren gegangen, das ist sehr gut, weil die haben wir nicht verkauft und nicht verkaufte Rüben und Kartoffeln gehen hat einfach immer verloren. Fernsehzentner Getreide ist natürlich auch nicht so schön, ist aber auch nicht so schlimm, weil wir hatten ja relativ viel, wobei das 14 ist schon, ich glaube wir hatten 200 oder so, da ist 14 schon 7%, das ist schon einiges. Also zu lange liegen haben ist dann vielleicht auch nicht immer so gut, aber wir haben super Getreidepreis, 125, ich glaube besser geht es kaum. Kartoffeln, 484 und direkt mal das ganze Getreide weg, 302 zum Bestpreis. Bestpreis. So, da sind wir nämlich wieder schön im Plus. Ackerpferde, da haben wir noch zwei, genau. Kuhstall, was tut sich hier so? 10 Bullen können wir verkaufen. Und wir können mal, 21 Kälber hatten wir ja schon, jetzt lasse ich mal auf 22 Milchkühl, also verkaufen wir mal 14. Schlumpf. Und schauen mal, ob wir 22 Kälber kriegen. Und vor allem schauen wir mal auch, ob wir jetzt welche verlieren wieder. Weil ich habe ja eigentlich, ich habe 5 Weideland, also das sollte auf jeden Fall reichen. Ich weiß nämlich nicht, ob die freien Boxen 17, ob ich jetzt vielleicht noch 3 mehr brauche, also ob ich quasi immer so viel freie Boxen brauche, wie ich Kälber habe, für das nächste Jahr, damit keine sterben. Ich habe jetzt auf jeden Fall 4 Kälber mehr als Boxen. Jetzt gucke ich mal, ob das sich negativ auswirkt. Oh, ich habe aber richtig Kohle. Das heißt, der Acker ist gerade nicht so teuer. Das heißt, ich kaufe einfach nochmal 4 Ackerflächen. Schlumpf. Dann brauche ich ein Pferd und dann habe ich auch 5 Slots weniger als ich brauche. Und ich kaufe einen Flug. Und ich muss natürlich auch das Ackerland bestellen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr auf Ertrag, also finanziellen Ertrag. 6 Mal Getreide. 4 Mal Kartoffeln. Kartoffeln schwankt nicht ganz so stark wie Getreide, aber auch ein bisschen. Weil es eigentlich gerade blöd ist, weil Kartoffeln kann ich nicht lagern. Eigentlich sollte ich dann lieber die Absicherung über Rüben machen. Weil die guten Jahre mit den teuren Preisen sind auch nicht so oft. Und Kartoffeln ist so ein bisschen so ein mittleres Spekulationsobjekt. So. 16 freie Boxen bei 21 Kälbern. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Wie sehen die Preise aus? Wenn ich ein Hausteil kaufe, wird es natürlich ein bisschen proletisch was hermachen. Andererseits ist es aber auch, oh, ich könnte jetzt einfach mal Wald kaufen. Ich kaufe mal zwei Waldflächen. Die sind gerade nicht so arg teuer. Und man muss ja ein bisschen zu Potte kommen. Und da beilte ich mal 23.000, weil ich hatte ja richtig einen Mehrkosten-Overhead hier. Genau. Das ist nämlich brachial. 26.000 Milch. 71.000 Kosten. Sehr schön. Also wir haben den Zuchtbullen verloren. Das ist gar nicht gut. Deswegen haben wir jetzt auch keine Kälber gekriegt. Verdammt. Und wir hatten, müssten 30 Milchkühe haben, haben aber nur 26. Ich glaube, die Stelle, das müsste man doch so machen, dass man so viel freie Flächen hat, wie man fürs nächste Jahr braucht. Immer noch auf Stufe 1. Nass und warm. Das ist so mittel. Also, schauen wir mal. Wir haben 10 Bullen. Die können wir auf jeden Fall verkaufen. So, Zuchtbullen können wir noch nicht kaufen. Wir schauen erst mal nach den Preisen beim Acker. So, wir haben mächtige Rüben. 6, 3, 8, 2. Können wir, ja natürlich, 5, 3, 8, 2. Dann verkaufen wir Kartoffeln. 6, 7, 7. Ich glaube, diese 0,99. Ich weiß nicht, ob das nur bei Rüben ist, aber ich glaube, das kann auch bei anderen passieren. Ich glaube, ich hatte das bei allen schon. Achso, 107 ist so semi-gut. Das lassen wir aber erst mal. Ackerpferde haben wir noch. Ich werde auf jeden Fall wieder einen Zuchtbullen kaufen. Auch wenn er, glaube ich, gerade ein bisschen teurer ist. Ich glaube, irgendwas um die 6.000 hat er sonst gekostet. So, wir haben keine Kälber. 9 freie Boxen. Das heißt, ich kaufe mir einfach mal einen neuen Kälber. Unser Kapital hat jetzt auch komische Nachkommastellen. 6.000, das lassen wir mal. 27.000 für mich, 74.000. Kälberzucht ist teuer. Mägde. 13.000. Was zum Henker? Wofür brauche ich die Mägde? Also, wir hatten 13 weibliche Rinder. Das heißt, wir müssten eigentlich 39 haben, haben wir nur 34. Und wir haben 5 Milchkühe verloren, weil wir wieder nur 21 Kälber haben. Ich glaube, 20 Milchkühe und wieder richtig hart Zinsen bezahlt hier. Nass und kalt. Wir kriegen es richtig, richtig Dicke jetzt hier. Das hat ganz gut angefangen, aber jetzt wird es langsam ein bisschen haarig. Also, Acker. Rüben verkaufen. 8.000. 8.000. 6.000. 1.000. Das ist aber tatsächlich so ein Problem mit diesem Bug hier, mit diesem 0,0001. Daran kann ich mich erinnern, dass das C64-Zeiten auch schon immer sehr oft vorgekommen ist. Kartoffeln. 2. 8. 4. 90 für das Getreide ist jetzt nicht so viel. Das lassen wir mal. Im Silo. Im Silo haben wir ja. Verkaufen wir die 8 Bullen. Die bringen mir eh nichts mehr, außer Kosten. Dann verkaufen wir mal 14 Milchkühe. Die sterben uns sonst eh immer weg. So, und die anderen lassen wir mal produzieren. Und ich habe vorhin Wald gekauft und nicht gerodet. Ich bin so blöd. Also, wir haben jetzt 100% Waldzustand. Jetzt können wir roden. Und wir sehen, unser Holz, also unser Wald hat 500 Stärholz. Wenn ich jetzt 10%, also 50, rode, dann haben wir noch 90% Wald mit 450 Holz. Und weil der Preis mit 12 gar nicht so verkehrt ist, ich glaube 15 ist das Maximum oder so, können wir eigentlich die 50 auch mal direkt verticken. Und 10% regenerieren sich einfach. Ich kann das jetzt mal ausruhen, beim nächsten Mal mal 11% roden oder so und dann mal gucken. Aber 10% sind nach einer Runde immer wieder nachgewachsen. Und jagen können wir jetzt noch nicht, weil unser Wald noch zu klein ist. Wir haben auch, glaube ich, 10 Wald dafür. So weit, so gut. Wir haben 27 freie Boxen, 21 Kälber. Also könnte ich eigentlich noch 6 Kälber kaufen. Und bin trotzdem noch von den Stellflächen im Stall her gut bedient. Und von den restlichen 6000 ich weiß echt nicht, oder habe ich vielleicht, aber jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Also wenn jetzt, es jetzt immer noch Milchkühe sterben, dann ist es wohl immer noch ein Weideflächenproblem. So, wir hatten 4 und haben 22 und haben 18 Kälber. Also sind tatsächlich wieder 2 gestorben. Also entweder, sieht ja so aus, und alle anderen sind ja am Leben geblieben, außer der Milchkühe. Also ich glaube, es ist tatsächlich noch ein Weideflächenproblem. Wir haben ein Pferd für 4 Morgen Land zum Bestellen. vielleicht aber 4 Milchkühe pro Fläche, das ist auch wieder zu viel. Aber auf jeden Fall ist das wohl noch ein Weideflächenproblem. Aber unser Defizit wird geringer. Wir haben 38.000 eingenommen von Milch und 68.000, also 30.000 und Miese. Ich glaube, wenn man Mitspieler hat, ist es vielleicht sogar ganz gut, lieber Miese zu machen und dafür Land zu kaufen. Einfach, dass man es hat, bevor es die anderen kriegen. Ob das jetzt im Singleplayer die beste Variante ist, bin ich nicht so sicher. Oh, unser Silo ist fast voll und wir haben hier richtig beschissenen Preis für Getreide. Natürlich. Aber wieder das Komma-9-Problem. 3, 8, 4, 2. So, das weg. Dann haben wir Kartoffeln. 8, 7, 7. 7. So, unser Silo ist fast voll und ich habe nicht genug Geld, um mir ein zweites zu kaufen, also werde ich vielleicht dieses Mal Getreide reduzieren und dafür lieber ein bisschen mehr Kartoffeln anbauen. Ach so, das ist immer der neue Wert und nicht der Unterschied, nicht plus 4, sondern insgesamt 4. Ich weiß noch nicht, wie viel Prozent das jetzt voll ist und wie viel das jetzt mehr wird. Also es kann sein, dass es schon zu wenig ist, dass ein bisschen Getreide verloren geht, weil wir das Silo voll haben. Aber dann ist es halt so. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Zeug verkaufen und habe dann noch Geld für ein Silo. Also ich kann jetzt mal die 5 Bullen verkaufen. Bei einer Weidefläche wollte ich auch noch kaufen. Dann verkaufe ich zwei Milchkühe. Ich wollte ja bei 20 rumbleiben. So, dann habe ich 18, aber nur 9. Also verkaufe ich hier einfach nochmal 9. Wenn ich hier erinnere, dann habe ich nämlich genau die 18 Flächen, die ich, 18 Boxen, die ich brauche für die Kälber. Und ich habe auch ein bisschen Geld, dass ich nochmal 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 eine Weidefläche kaufen kann. Und ich kann sogar, dann lasse ich das sogar, ich kaufe mir einfach noch ein Silo, wobei das auch die laufenden Kosten dann halt erhöht. Sehen wir halt hier auch. Jetzt habe ich drei Stelle und zwei Silos. Sieht man hier am Hauptscreen. dann kann ich nämlich doch lieber vielleicht sogar die Rüben jetzt richtig hart in die Getreide produzieren, weil jetzt muss ja, ich habe wieder mehr Platz im Silo und irgendwann muss ja auch mal wieder der Getreidepreis steigen. Achso, ich muss natürlich auf 8 gehen. Also hauen wir jetzt mal richtig hart in die Getreideproduktion rein. So, und 8.000. Ja, vermeiden wir einfach mal Zinsen ein bisschen. 8.000 reicht zwar nicht, um die Kosten zu decken, aber 50.000 Miese. Alter Schwede. Also wir haben 18 Kälber. 2, genau. Wir haben 2 Milchkühe wieder verloren. Aber halt auch nur 2. Das waren ja sonst 3 oder 5 oder so. Vielleicht hat die Weidefläche doch was gebracht. 8.000 Zinsen, alter Mann. Immer noch Stufe 1. Trocken und kalt. Richtig gut. Wenn man es mal richtig dreckig kriegt, dann aber volle Kanne. Jetzt sind unsere 2 Silos schon wieder halb voll fast. Also 920. Diesmal darf ich sie sogar verkaufen. Dann haben wir Kartoffeln. 622. Unser Getreidepreis ist immer noch scheiße. Also lassen wir das mal noch. Mit der Hoffnung, dass es sich richtig lohnt. Demnächst. Und wir nicht einfach alles verlieren, weil unser Silo abbrennt. Keine Ahnung. Wobei ich glaube, sowas geht ja nicht. Das passiert nicht. Aber wir können natürlich trotzdem einen relativ hohen Verlust haben. Dann 13 Milchkühe weg. 18 freie Boxen. Genau. 18 Kälber. Passt genau. Aber wir haben auch kein Geld, um noch eine Weidefläche zu kaufen. Es sei denn, ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal gerodet habe. Habe ich wieder nicht dran gedacht, glaube ich. Jetzt wollte ich ja mal 11 Prozent Roden. Also nehmen wir hier 55. Das ist natürlich 11 Prozent, aber egal. Preis 6 ist natürlich richtig mies. Deswegen, wenn wir das jetzt nicht verkaufen, sondern unser Lagerholz einfach mal lagern und gucken, ob wir von 98 Prozent auch wieder auf 100 kommen innerhalb von einer Runde. Und wir sehen jetzt auch schon 1805. Also wir sind jetzt schon im Jahr, was weiß ich, in den 20er. Also ich glaube, unsere Strategie und unsere ganzen schlechten, ach shit, ein Ackerpferd. Entscheidungen und vielleicht hätte ich auch ein bisschen mehr spielen sollen auf der Rennbahn. Also ich sehe jetzt noch nicht, dass wir das schaffen, bis das Spielende erreicht ist, hier den König zu machen. Trocken und kalt, vor allem, weil wir immer diese ganzen schlechten Jahre haben. Also wir brauchen ein neues Ackerpferd. Der Getreidepreis erholt sich ganz langsam. Wenn wir jetzt einmal ein Jahr haben mit einem richtig guten Getreidepreis, dann können wir einiges wettmachen, was wir jetzt hier die Jahre an Verlust haben. Und ich habe so langsam den Eindruck, dass das auch bald mal hier unsere einzige Chance wird, mal noch ein bisschen zu Potte zu kommen. Also sie hatten jetzt so viele Jahre schlechte Preise für Getreide. Jetzt nur hoffen, dass unser Silo nicht übervoll ist. Aber wenn Silo voll ist, müssen wir eh, ich weiß gar nicht, wie viel passen in ein Silo. 1.200 haben wir? Wir sind etwas, vielleicht 1.000. Wenn wir dann auf 2.000 sind, müssen wir eh dann nur noch Kartoffeln und Rüben anbauen, bis der Preis für das Getreide mal steigt. So, jetzt sind wir im Wald. 99,6, also das reicht nicht ganz. 55, also 10% ist, glaube ich, tatsächlich ein richtig guter Wert. Das heißt, ich werde jetzt mal hier 45 roden. 15, 15 ist super. Dann verkaufen wir mal 100 Stärr Holz. Da kriegen wir nämlich gleich noch mal 1.500. Nicht, dass ich das jetzt wirklich lohne, aber wir haben halt den Wald. Ich muss auch gleich noch mal gucken, was mich der Wald kostet. Diese Forstwirtschaftskosten. Oder ob das vielleicht doch ein bisschen früh war, sich hier Wald zu kaufen. Normalerweise im Multiplayer-Spiel kauft man Wald eigentlich erst, wenn Acker und Weideflächen weg sind. Weil der Wald lohnt sich finanziell nicht so wirklich. Man braucht es allerdings auch ein bisschen, auch wegen der Trophäen bei der Jagd später und so, um Levelaufstieg zu kriegen. Insofern ist es auch nicht ganz blöd. Also 10 von denen weg. Wir haben nicht genug Geld, um uns ein Ackerpferd zu kaufen. Also müssen wir uns wieder 1 laien. Können wir nicht ändern. 40.000 Mieses. Wird richtig, richtig schlimm. Rodung 450. Ja, 450 für die Rodung und ich habe es verkauft für 15. 100 Stück. 1.500. Das waren aber zwei Rodungen, also 900 quasi. Also das ist jetzt nicht wirklich, dass sich das lohnt. Also ich glaube, ich werde den Waldclay noch mal verkaufen. Man könnte jetzt zwischendurch immer mal zum Pferderennen gehen und wenn man wirklich mal Rosinante kommt oder so, mal richtig 10.000 reinwetten und hoffen, dass er das dann auch tatsächlich mal gewinnt. Weil die haben manchmal auch tatsächlich ganz gute Quoten, diese Joker-Pferde. Immer noch ein scheiß Preis und die Lager fast voll. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt in der Produktion ein bisschen runterfahren. vielleicht sechs Stück noch und dann hier je drei. Weil wir das Getreide nicht lagern können und wir können uns dann auch kein Silo kaufen. Dafür reicht die Kohle nicht. Können uns ja nicht mal ein Ackerpferd kaufen. Neuen Bullen verkaufen. Neuen Milchkühe verkaufen. Dann verkaufe ich mal noch. Ich verkaufe einfach mal drei von denen. Dann haben wir wieder die 20 Slots. Sehr schön. Dann kann ich einfach noch mal hier in den Wald gehen und ich habe nichts mehr gelagert. Okay, das Lagerholz verkaufen. Dann verkaufe ich nämlich mal die zwei Waldflächen. Das bringt ja nichts. Reduziert auch bloß die Schulden. Aber es ist tatsächlich auch so eine Überlegung. Man muss halt überlegen, wann man was verkauft. Weil jetzt habe ich zwar die Waldflächen verkauft, aber ich habe halt nichts davon. Ich kann halt von dem Geld jetzt nichts kaufen. Mein Ackerpferd kaufen oder so. 43.000 Mieser. Sehr schön. Uiuiui. 11.000 Zinsen. So langsam bin ich in einem Bereich, wo ich echt nicht mehr rauskomme. Jetzt wollte ich eigentlich Nein klicken, aber habe aus Versehen Ja geklickt. Oh, da haben wir Rosinante. Ich meine, Rosinante, das war echt so ein... Jetzt bin ich einfach mal... Weil man kann es mit ehrlicher Arbeit allein, sage ich jetzt mal. Gerade im Multiplayer ist es manchmal echt schwer zu schaffen. Also es ist tatsächlich ab und zu... 1 zu 13 wäre eine richtig gute Quote, wenn er es diesmal schafft. Es manchmal tatsächlich so ein bisschen Spiel entscheiden, wer auch so ein bisschen hier das Wettglück hat. Und das hängt tatsächlich... Oh, sie geht gut ab. Ich glaube, sie hat einen guten Tag. Aber manchmal ändert sich das tatsächlich hinten raus noch. Dann schwächelt sie irgendwann mittendrin. Aber... Also Rosinante ist... Es gibt irgendwie noch einen anderen, meine ich. Also Rosinante ist echt so ein Pferd, das gewinnt fast immer. Und wie man sieht, kann man auch wetten auf der Rennbahn, wenn man eigentlich verschuldet ist. Das wäre tatsächlich noch so ein Ding, was fürs Spiel ganz cool wäre, wenn man auf der Rennbahn nur Geld verwetten kann, wenn man nach der Endabrechnung von der Runde tatsächlich noch im Plus ist. Und man kann auch maximal so viel setzen, wie man im Plus ist. Das wäre schon ganz gut. Aber jetzt habe ich 10.000 gesetzt bei 1 zu 13. Das heißt, jetzt habe ich richtig dick Geld gemacht. Ich hätte vielleicht doch zwischendurch öfter mal gucken sollen. Also wie gesagt, dieses Pferderennen, wenn man so ein bisschen den Blick kriegt für die Pferde und bei denen, die nicht so ganz sicher sind wie Rosinante, oh, Stufe 2, dann auch mal ein bisschen was setzt, dann kann man damit schon relativ viel machen. Und es ist, wie man ja gesehen hat, wenn man wirklich nur handelt mit den Flächen, ist es schon ziemlich schwer, um da tatsächlich die nötigen Einnahmen zu generieren und so, um hier wirklich auf den grünen Zweig zu kommen. 109 ist jetzt so ein Ding, gerade wo ich jetzt das Geld habe, wo ich sage, warte ich vielleicht lieber noch ein bisschen auf einen noch besseren Preis. Das geht wieder nicht. Da haben wir wieder das 9er-Problem. 5, 6, 2, 1. Kartoffeln, 5, 7, 6. Und Getreide, 2, 8. Oh, nee, wollte ich doch gar nicht. Jetzt bin ich hier so im Verkaufsfluss. Ich könnte vielleicht mal 382 verkaufen. So, damit Silo wieder ein bisschen leerer wird. So, jetzt haben wir richtig dickes Geld. Jetzt werde ich auf jeden Fall erst mal mir ein Ackerpferd kaufen. Auf jeden Fall, damit endlich mal die Kosten wenigstens weg sind. Dann schauen wir mal in den Kuhstall. Verkaufen die neuen Bullen. Und verkaufen hier mal die 7 Milchkühe. Und wir brauchen 19, also verkaufen wir noch 3 hiervon. So, dann haben wir nämlich genauso viele Plätze, wie wir brauchen. Dann gehen wir noch mal ins Büro und kaufen uns noch mal eine Weidefläche, die natürlich gerade dieses Mal sehr teuer ist, aber das ja mehr oder weniger ein Geschenk des Geldes. Gönnen wir uns das mal. Ich bin mir echt noch nicht so sicher jetzt mit den Kosten, ob das mit der Viehzucht wirklich so eine gute Idee war, da so viel auf Viehzucht zu setzen. Weil das halt schon richtig Kosten sind. Ich meine, gut, die Kälber und so, das kostet mich halt alles nichts. Aber die Heukosten, das ist schon, da müsste man wirklich im Einzelfall mit einzelnen Tieren mal probieren und gucken, wie die Kosten wirklich sind. Und müsste ich dann die Tabellen machen, was wirklich wie viel kostet, um zu sehen, wann sich was am ehesten lohnt. Aber dann gehe ich jetzt mal hier lieber, ich hätte gar kein Getreide verkaufen brauchen, ich könnte mir einfach hier ein Silo kaufen. Genau, ich kaufe mir noch ein Silo und ich kaufe mir noch vier Ackerflächen. Also ich glaube, das Maximum ist bei mehr Spielern tatsächlich höher, aber, also würde ich jetzt mal vermuten, weil wenn man jetzt so eine Runde hätte mit Rosinante und dann richtig Kohle macht, weil man gewinnt, dann wäre ja der Spieler, der zuerst dran ist. Halt schon brachial im Vorteil, weil der sich einfach hier mehr Ackerflächen kaufen kann. Aber ich muss ja hier zu Potte kommen, also kaufe ich noch mal vier. Auch wenn es gerade richtig teuer ist. Jetzt habe ich 20, das heißt, ich bräuchte fünf Pferde. Soll der Geiz, also. Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die vier nehme ich noch. So, dann habe ich nämlich 24, dann bräuchte ich sechs Pferde und Flüge. Gehe ich in Pferdestall. Drei habe ich, also kaufe ich noch drei. Noch drei Ackerpferde. Und im Acker kaufe ich noch drei Flüge. Und mal bestellen. 24 Ackerflächen habe ich. Zwölf habe ich bestellt. Zwölf drauf. Also gehen wir mal hier richtig hart ins Getreide. Muss ja ein bisschen zu Potte kommen. So, das muss ich hier mir nur noch 16, 19. Genau, also kaufe ich mir jetzt noch einen Stall. Oder auch nicht. Der ist nämlich gerade richtig teuer. Das Haus ist aber gerade richtig billig. Also kaufe ich mir einfach mal ein größeres Haus. Bam. Da sehen wir, das Haus ist ein bisschen größer geworden. Jetzt muss ich allerdings im Kuhstall 19, 16, muss ich noch drei verkaufen. Also verkaufe ich hier mal drei von den männlichen Rindern. Die sind mit 1.000 gerade ganz gut bepreist. So, 27.000. Nehmen wir jetzt einfach mal mit in die Antabrechnung. 25.000 für Milch. 106.000. Ich habe echt wieder Kühe verloren. Vier Milchkühe. Naja gut, die sterben halt auch einfach. 10.000 Zinsen sind schon wieder, alter Schwede. Aber Rosinante läuft halt auch nicht oft. Asterix, Gargamel, Nereide, Biene Maya, Erlkönig. Gut, setzen wir mal auf irgendwas einfach, weil es wenn wir schon mal hier sind. Erlkönig, bin ich echt nicht so sicher, der gut war oder nicht. Asterix ist in einem der ersten Rennen, wo ich dabei war, ist der mal gelaufen. Da weiß ich jetzt allerdings auch nicht mehr, wie gut der war. Ich habe gerade überlegt, ob das der war, der 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 Zweitbeste war, nachdem der gewonnen hat. Aber das war glaube ich nicht. Das war irgendwie noch ein anderer. Erlkönig hat so eine mittlere Quote. Er zieht auch ein bisschen ab, aber das muss nichts heißen, weil oben kommen sie nämlich schon, wie der Gargamel kommt. Asterix. Auf der Innenbahn, wenn wir dann einen Kreis hätten. Ja, jetzt werden sie überholt. Jetzt fällt er nämlich zurück. Und da haben wir wieder 500 Mark verbrannt. Ich habe erst kurz überlegt, Asterix zu nehmen, aber der gewinnt auch nicht. Gut, das wäre mir jetzt nämlich doppelt aufgeregt. Gargamel. Und das sind so Sachen, da muss man jetzt halt so ein bisschen gucken. Es gibt halt so Pferde, auch gegen wen die laufen und so. Die sind tatsächlich in jedem Spiel, wenn man das Spiel Neustadio und so, die Werte, glaube ich, ändern sich nicht für die Pferde. Also das sind so die Namen, die so ganz gut sind. Die sind eigentlich immer ganz gut. So, ich habe ja auch mein Haus vergrößt. Oh, ich bin auf Stufe 1 sogar zurückgefallen. Verdammt. Jetzt dachte ich, ich kann hier ein bisschen rumprotzen. Der Ertrag war wieder schlecht. Der Getreidepreis ist wieder schlecht. Wie soll man denn so auf den grünen Zweig kommen? Jetzt mal ehrlich. Wenigstens haben wir auch einen Rosinante-Sieg dabei gehabt. 1.180. Bisschen was an Geld gemacht. Kartoffeln. 9, 3, 2, 1. Jetzt haben wir ja auch das 9er-Problem. Meine Güte. 8, 3, 2, 1. So. Das Getreide für 93. Hätte ich es mal für 103 verkauft, wa? So ist es halt. Das Silo ist fast voll. Ich kann mir kein neues kaufen. Also werde ich mal hier ein bisschen auf die Bremse treten. Mal sagen, 12, 6, 6 vielleicht. Weil ich mir eh kein neues Silo leisten kann. So, dann können wir nochmal in den Kuhstall gucken. Da haben wir nämlich 6 Bullen. Und wir brauchen noch 10 Plätze für die So, 16. Sehr schön. Geld haben wir immer noch nicht. Wald haben wir nicht mehr. 0%. Pferde, Ackerpferde haben wir noch. 6 Stück Zuchtbullen haben wir auch noch. Alles okay. Wobei, selbst wenn es nicht okay war, könnten wir halt kein Kaufen. 26.000 für Milch. 107.000. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das mit der Milchproduktion wirklich so gut ist. Ich weiß auch nicht genau, die Mägde. Wieso habe ich 13.000 Kosten für Mägde und 72.000 für Knechte? Also die Knechte müssen halt die Viecher betreuen. Und so die Mägde, das ist doch aber eher 13.000, 72.000 sind die wegen der Kälberzucht oder so. Ach ey, 4 Ackerpferde sind mir gestorben. Das kann nur ein Pferderennen retten. Prinzessin, Rübezahl, Täubchen, ich glaube Rübezahl, ist auch nicht so verkehrt. Das sind alles so dunkle Erinnerungen an frühere Zeiten. Vor vielen, 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 vielen Jahren. In den 90ern oder so. Frühen 90ern sogar. Ich weiß mal, wieso ich auf dem C64 gespielt habe häufig. Das sind so manche Namen, sind auch so dunkle in Erinnerung. Ich bin mir allerdings auch immer nicht so sicher, ob die in Erinnerung sind, weil die besonders schlecht waren oder weil die besonders gut waren. Ganz schlecht scheint er jetzt nicht zu sein. Allerdings gegen Archimedes. Ja doch, er kommt wieder. Scheint er doch seine Probleme zu haben, wollte ich sagen. Immerhin, 4 zu 9 ist jetzt auch nicht so der Killer. Da kriege ich halt 1500 Euro raus oder so. Ja, super. Aber immerhin. Besser als gar nichts. Besser als ein Verlust auf jeden Fall. Jawohl, haben wir einen Sieg eingefahren. Mit der mittleren Quote, aber was soll's. 2250 bei 1000 Einsatz. Also 1250 Gewinn. So, nass und kalt mal wieder. 180 Getreidezentner verloren. Alter Schwere, jetzt bin ich schon sechsstellig in einem Miesen. 79, der Getreidepreis, ey, das macht er mit Absicht. Das macht er mit Absicht, weil er weiß, dass ich so viel Getreide hab. Natürlich. Also haben wir wieder die Ungeraden. Also 7, 8, 6 und 2. Jetzt sollte ich vielleicht doch nochmal ein bisschen umleveln und also umbauen und noch weniger Getreide und lieber wieder mehr den anderen Kram hier anbauen. 8, 3, 1. Natürlich. Ich kann mich auch erinnern, tatsächlich jetzt, wo ich das hier häufig hab, dass ich im C64-Zeiten damals tatsächlich immer einen weniger verkauft hab und den einen dann einfach immer verloren hab, weil es mir einfach zu nervig war, das immer zweimal einzugeben. Ne, genau, da wollen wir nix. Das Getreide behalten wir aber mal, aber wir gehen nochmal eine Stufe vom Gas hier und sagen mal, machen mal 8, 8, 8. Also wenn jetzt eine Runde kommt, wo ich tatsächlich das Getreide mal zu einem guten Preis verkauft kriege, ich glaub, dann hab ich nochmal richtig Kohle, dann kann ich nochmal hier einen richtigen Schritt nach vorne machen, aber bis dahin ist halt richtig schlimm, ne? Jetzt mal mit den Schulden und jetzt die Mietkosten für die Pferde und so, das ist halt schon alles so Kram, der haut schon ins Kontor, also 4 weg. Vielleicht sollte ich die auch gar nicht weiter züchten, ich weiß echt nicht, ob das wirklich sich lohnt finanziell. Gerade jetzt, wo ich einen Zuchtbullen hab und ja, die Kälber immer wieder nachkommen, wenn man die Kälber kaufen muss und so, dann ist es vielleicht auch nochmal wieder anders. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Stallflächen frei. Schauen wir mal, wie die Bilanz hier aussieht. 24.000, 100.000 Kosten, die Kosten werden nicht geringer, selbst wenn ich weniger Viecher hab, ne? Unfassbar. Und ich hab tatsächlich vier Kühe verloren, vier Milchkühe trotzdem. Also es kann nicht an den Weiden liegen und es kann nicht am Dings liegen, ich glaub, die sterben einfach schnell weg. Meine Ackerpferde, Sauna draufgegangen, meine Güte, da kann man sich nur mit dem Pferderennen ja das Leben schön saufen. Schneckerl, Wunderlingen, Wunderlingen. Das ist glaub ich auch nicht so verkehrt. Darius, Daribus, Patex, Gargamel, war vorhin nicht so verkehrt. Polarkatze, Prinzessin. Hauen wir einfach mal auf Wunderling. Ich glaub, der war auch ganz gut. Kann natürlich sein, dass es jetzt Gargamel macht, weil der war in dem einen Rennen am Anfang war der ja schon mal dabei und da war der auch gar nicht so verkehrt. Und auch jetzt, ich mein, man sieht das, eigentlich ist es wirklich nur Rosinante wirklich mit so einem sicheren Ding, weil jetzt hab ich 5000 gesetzt, selbst wenn ich jetzt gewinne mit Wunderling, da mach ich halt irgendwie 5000, 6000 ungerade gewinnen oder so vielleicht. 7000, 6000, 7000. Das ist schon schön, aber bei meinem Schuldenstand jetzt auch nicht so gravierend. Und so wie das aussieht, wird Polarkatze sogar noch ihn überholen. Ist natürlich ein bisschen schade, dass man nicht sehen kann, einfach nur gucken kann, wer tritt denn an und dann einfach sich das Rennen nicht an. Aber man muss jetzt halt hier die Zeit investieren und sich das Rennen angucken. Oh, ich hab tatsächlich den Gewinner erwischt. Sehr schön. Wie ist es ein bisschen reduziert hier? Also 6200 ungerade gewinnen. Stufe 2. Weiß nicht, ob ich das Wesen noch auf Stufe 3 schaffe. Wir sind jetzt im Jahr 89 hat es angefangen, 22 schon von 35. Also es kann schon noch schnell gehen. Wie gesagt, wenn jetzt so ein paar gute Jahre kommen mit Getreideernte und so, Getreidepreis, kann das mitunter auch schnell gehen wieder, dass man plötzlich wieder Cola hat und richtig kaufen kann. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man mit mehreren Spielern spielt, dass wenn jetzt Spieler 2 nach mir dran ist zum Beispiel und ich hab nasskaltes Wetter gehabt, heißt das nicht, dass er auch nasskaltes hat. Er hat durchaus anderes Wetter immer. Ein anderer Spieler in derselben Runde. Und je nachdem, wie man da auch so ein bisschen das Wetterglück auf seiner Seite hat, kann das halt schon sein, dass der eine Spieler da deutlich mehr Kohle mit seiner Landwirtschaft verdient, weil er einfach die besseren Erträge hat. Ich verkaufe jetzt einfach mal einen Großteil 1410. Da bin ich jetzt nämlich wieder ein bisschen im Plus und ich hab auch mein Silo wieder leer, dass ich hier wieder sagen kann, ich gehe jetzt einfach mal volle Kanne ins Getreide. falls jetzt doch nochmal ein Jahr kommt, wo der Preis höher ist, kann ich damit halt was reißen. Aber jetzt habe ich zumindest mal das Geld, um mir hier wieder sechs Ackerpferde zu kaufen. Genau, da lasse ich die Milchkühe mal nachwachsen. Jetzt habe ich halt gerade wieder Geld, das heißt, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ich werde aber nicht alle fünf kaufen, sondern nur vier, weil sonst muss ich zwei Pferde kaufen, wegen einer Ackerfläche ein extra Pferd, das ist halt blöd. Das heißt, ich hole mir jetzt noch einen siebten Flug. Dann muss ich es natürlich noch bestellen. Dann sind wir hier bei 28 morgen. So, dann brauche ich noch ein Ackerpferd, ein siebtes. und Ställe sind gerade vergleichsweise günstig. Vielleicht nehme ich aber auch nochmal eine Weidefläche. Ich bin eh dann gleich wieder in den Miesen und kann wieder ewig nichts kaufen. Also nämlich zwei Weideflächen. und einen Stall. Wobei man das halt auch nicht unterschätzen darf mit den laufenden Kosten. Achso, jetzt habe ich noch, glaube ich, meine Ackerflächen hatte ich schon bewirtschaftet. Na genau. Ich hatte nur Ställe gekauft. Ich kann höchstens nochmal gucken, jetzt im Kuhstall, wenn ich jetzt nämlich 45 freie Boxen habe, dann kann ich jetzt nämlich einfach noch zehn Kälber kaufen. Und dann schauen wir mal. 12.000 Milch, ja gut, jetzt hatte ich ja nicht so viele Kühe, 25.000 Kosten, weil ich jetzt halt aufgestockt habe. 16 hatte ich und 15 Kälber. Es ist wieder eine gestorben. Ja, eine Milchkuh gestorben, aber halt auch nur eine. vielleicht sollte ich tatsächlich doch noch mehr aufstocken an Weideflächen. Oh, da haben wir wieder Rosinante. Wie gesagt, die gewinnt nicht immer und ich gehe mal davon aus, so zweimal hintereinander, jetzt wird sie wahrscheinlich gegen Satan verlieren, weil der war ja auch nicht verkehrt. Aber wir bleiben einfach mal in der Hoffnung, dass es ein zweites Mal funktioniert. 2 zu 7 ist auch nicht verkehrt. Die Quote ist halt auch ziemlich gut von Rosinante, oft obwohl die gar nicht so gut ist. Und ich müsste mir irgendwie mal noch ein Rennpferd kaufen. Deswegen wäre es cool, wenn sie jetzt noch mal gewinnen würde. Hätte ich mir noch mal richtig Kohle, könnte ich noch mal ein Rennpferd kaufen. Einfach noch mal zu zeigen, wie das ist mit dem Rennpferd trainieren und so. Wobei man kann es eigentlich nur trainieren und dann halt anmelden für Rennen. Und wenn man Glück hat, gewinnt es auch mal einen Preis. Aber das ist halt auch nicht immer so. Rennpferde sind schon ein sehr teures Hobby hier. Aber es bringt Prestige für was die Level zum Königchen angeht. Aber Rosinante macht mal wieder ihrem Namen alle Ehre und zieht hier ab wie auf Droge. Und ich kriege noch mal einen richtigen Batzen Kohle rein. Sehr schön. Vielleicht hätte ich doch öfter zum Pferderennen gehen sollen. Wer weiß, wie oft die jetzt schon dabei war in den ganzen Runden, wo ich nicht da war. Selbst wenn ich das ein oder andere Mal 1.000 verschenkt hätte, 10.000 verschenkt hätte, weil sie vielleicht doch mal nicht gewinnt. In den Fällen, wo sie gewinnt, also da muss sie schon 10 Mal verlieren und trotzdem wäre das einmal gewinnen, würde das aufwiegen. Das ist schon eine ganz gute Bilanz. So, ein bisschen. 51 Zentner Getreide haben wir verloren. Das ist aber auch nicht so der Killer, wenn wir 1.000 drin haben. Der Getreidepreis kommt einfach nicht mehr aus dem Quark. Okay, aber unser Silo ist noch nicht so voll. Da können wir auf jeden Fall noch, gerade wenn wir so Jahre haben, wo sowieso nichts geht. Wir haben schon wieder ein Ackerpferd verloren. Ne, sieben. Wie viel Acker habe ich? 28. Ja, sieben. Ne, ist alles okay. Kuhstall. Unser Zuchtbulle lebt noch. Das ist auch gut. Good News. Stellflächen haben wir auch noch genug. Ist eigentlich alles soweit okay. 27.000 Schulden ist nicht schön. Zumal wir gerade einen Arsch voll Geld gewonnen haben. Was geht denn hier ab? Okay. Hilft ja nichts. 20.000 für Milch. 134.000 an Kosten. Also ich weiß echt auch nicht, ob die Viehzucht wirklich so eine gute Idee ist. Weil die Kosten sind abartig hoch und es bringt echt nicht so viel. Drei-Zack sagt mir auch irgendwas, aber da bin ich auch nicht so sicher. Ja, also die Kosten für Knechte und hin und her, das ist halt schon richtig, richtig viel. Ich meine, Viehzucht macht man halt im Multi-Splayer oft, weil es die einzige Chance ist, überhaupt Geld zu machen, weil man irgendwann ja keine Ackerflächen und so mehr kaufen kann. Und zum Teil ist es dann vielleicht sogar besser, die Milchkühe zu verkaufen, weil man dann auch keine Weideflächen kriegt oder nicht genug. Vielleicht sollte ich das sogar, ja gut, aber man braucht ja Milchkühe für den Zuchtbullen wieder. Es ist so eine semi-gute Entscheidung. Ich habe natürlich auf den falschen gesetzt, ist ja klar. Und drei-Zack, ja, doch, ich hatte den doch auch irgendwie dunkel in Erinnerung, aber ja, verdammt. Da hatte ich ihn doch in positiver Erinnerung vielleicht. und ich glaube, 5.000 hatte ich gesetzt, schön verspielt, aber ich bin wenigstens noch auf Stufe 2. Ich glaube, was waren es, 35 Jahre waren es, glaube ich, das heißt, es wäre bis 24, also noch 11 Runden. Also, wenn wir jetzt nicht irgendwann mal ein Jahr kriegen mit vernünftigen Getreidepreis, na endlich mal. 3 Cent über Kapazität, ist aber auch schön, dass es da steht. Und das sind dann 1.000, ja, weil ich habe 3 Silos, sehr schön. 119 ist jetzt nicht top, aber es ist schon super. Also, hauen wir jetzt einfach mal den ganzen Sermon hier raus. Oh Gott. Also, 3.002, auf den einen kommst du noch nicht an. So, da haben wir nämlich wieder richtig Asche in der Tasche. Pferde haben wir 7, Zuchtbullen haben wir, sehr schön. Pferdestall. Wenn ich überlege, dass ich jede Runde dicke Miese mache, glaube ich, ist es auch nicht so gut, sich jetzt ein Rennpferd zu kaufen, auch wenn es schön wäre, das mal zu zeigen. Ja, was soll's. Der Name, ja, dann nennen wir ihn halt Fury. Schreibt er sich mit Y? Fury? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Weil mir gar nichts besseres einfällt. So, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir den auch noch am Hals. So, Kuhstall. Auf der Jagd war ich auch noch nicht im Wald. Muss ich auch mal Wald kaufen. Also, die Bullen können auf jeden Fall weg. Die bringen mal gar nichts. Und 1.400 ist ein ziemlich guter Preis gerade sogar. Dann können wir hier mal, ich verkaufe mal nicht so viele, weil wenn ein paar sterben, will ich ja trotzdem 20 Kälber haben. Also verkaufe ich einfach mal 10 Stück. 1800 ist auch gerade ein guter Preis. So, irgendwann kann ich mir mal einen zweiten Zuchtbullen kaufen, aber da brauche ich vielleicht auch ein bisschen mehr Silos noch. So, jetzt haben wir nämlich ein Rennpferd, Fury, und wir sehen hier Alter 2. und die Kraft ist so mittel. Wir könnten den jetzt anmelden direkt, aber ein Zweijährigen, ich glaube, weiß nicht, ob das überhaupt schon geht, weil ich glaube, in der Realität ist ja Dreijähriger das erste Rennen und wir können ihn jetzt trainieren. So, jetzt können wir entscheiden, wie viel Geld wir ins Training investieren wollen. Das Maximum, wie wir sehen, ist 20.000. Wenn wir keine halben Sachen machen, stecken wir mal richtig Kohle ins Training, damit er als Dreijähriger Dubitant vielleicht schon mal direkt hier alle versägen kann, wenn er nicht gerade zufällig auf Rosinante trifft. Man kann dann witzigerweise auf sein eigenes Pferd setzen, wenn man halt glaubt, dass er richtig cool ist. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir immer noch richtig Geld in der Tasche. Selbst wenn wir 100.000 an 30 freie Boxen, ich bin immer noch an dem mit den Boxen so ziemlich am Limit immer, deswegen werde ich jetzt schon mal noch einen Stall kaufen. So, dann kann ich eigentlich mal 10 Waldflächen kaufen, dann kann ich nämlich mal das mit der Jagd zeigen. 20.000 gehen für das Training vom Pferd weg, 100.000 mache ich eh immer mieser. Haus ist aber gerade billig, also bauen wir uns einfach noch, jetzt wo wir Pferde, Rennpferdebesitzer sind, müssen wir ja ein bisschen prolliger wohnen, also bauen wir uns ein bisschen an am Haus. Und weil die Milchkühe immer so ein Problem sind mit dem Wegsterben, hauen wir einfach noch mal vier Weideflächen raus. So, jetzt haben wir noch 90.000, 96.000 an Geld. Jetzt können wir im Wald, der Preis ist gerade nicht gut, aber wir können mal roden, 10% wären 250. Die können wir wegnehmen, die lassen wir mal liegen, können wir dann anderes mal verkaufen. So, jagen, der Wald ist groß genug, aber der Wildbestand ist noch zu gering, weil wir gerade erst frisch den Wald gekauft haben. Das heißt, wir müssen noch eine Runde warten, bis wir jagen können. Und wenn ich sowieso in die Miesen wieder reinlaufe, ich weiß nicht, ob ich nicht sogar einfach sage, ich kaufe mir noch eine Weidefläche. Ja gut, bis das Silo, wobei das Silo, das hat sich jetzt schon ziemlich schnell gefüllt, weil ich volle Kanne auf Getreide baue, also kaufen wir auch noch mal ein Silo dazu. So, wie sieht eigentlich unser neues Haus aus? Eigentlich immer noch genauso, nur ein bisschen länger. Also bauen wir direkt mal nochmal zwei Stufen an. So, müssen wir richtig prollig sind. Bam. So, das sieht jetzt nämlich schon ein bisschen professioneller aus alles hier. Vielleicht kann ich jetzt tatsächlich auch mal ein paar Stufen weiter voranschreiten. Wenn ich schon mal hier bin, 10, naja, ne, das lassen wir mal jetzt nicht übertreiben. Könnt höchstens noch zwei Weideflächen kaufen, die kann man eigentlich nicht genug haben. Leichtproduktion, jetzt habe ich 50.000, habe ich noch an Geld, jetzt werde ich eh gleich wieder hart ins Minus schlittern. Schauen wir mal. 37.000 Einnahmen, 159.000 Kosten. Die Mägde-Kosten haben sich verdoppelt. Ich habe 21 Kälber, ich hatte vorher neun weibliche Rinder, ich habe aber keine Milchkuh verloren, weil ich hatte neun und neun weibliche Rinder, 26 auf 35, das ist genau die Differenz. Ich habe aber nur 21 Kälber, also ein Zuchtbulle macht 21 Kälber Maximum, wie es aussieht. Das heißt, wenn ich jetzt die 35 Milchkühe behalte, müsste ich mir eigentlich noch einen Zuchtbullen in den zweiten kaufen. Aber mit den Zinsen und den Kosten bin ich erstmal wieder so hart im Minus, dass wenn hier jetzt nicht Rosinante antritt und ich wieder gewinne, habe ich direkt ein Problem. Würstchen, Sterntaler, Dreifürst, Wotan. Wotan kommt mir auch bekannt vor, ich bin mir aber nicht so sicher, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Probieren wir es einfach mal aus. Bei meinem Schuldenstand sind 1000 Mark, eh egal. Die Quote ist so, naja, geht so. Die anderen sagen mir jetzt aber irgendwie gar nichts. Wer ist denn Wotan? Der vierte, der zweite, schwarze von oben. Oh, Holzfäller. Aber wenn die am Anfang so lospreschen, das muss nichts heißen, weil sieht man jetzt auch schon wieder, der verliert schon wieder Vorsprung. Also das ist immer so ein Ding. Aber jetzt baut er wieder aus, dass es schon wieder ein schlechtes Zeichen. Dreifürst kommt noch, der könnte ihn noch überholen. Aber Wotan ist dann wohl eher in Erinnerung, weil er einfach so schlecht ist. Oh, wer kommt denn da noch? Schneckerl. Schneckerl zieht noch am Holzfäller vorbei, oder? Uh, das wird knapp. Tatsächlich, Schneckerl wäre es gewesen. Na gut, 1000 Mark, was soll's. Ich kann jetzt noch mal gucken, die Stärke von meinem Fury war ja nicht so geil. Jetzt habe ich ihn aber richtig hart trainiert. Da kann ich auch gleich mal gucken. Erstmal bin ich jetzt gespannt, ob wir jetzt mal auf Stufe 3 kommen. Jawohl, Stufe 3. Sehr gut. Nass und warm, geht so, ne? Oh. Was haben wir jetzt? Da haben wir jetzt einen Crash. Oh, oh. Ich habe auch nicht gespeichert, ne? Das ist jetzt sehr, sehr ungünstig. Das muss ich an der Stelle tatsächlich Schluss machen. Oh, 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 oh. Ja, ich fürchte. Ich fürchte, das war es jetzt leider. Schade. Jetzt hätte ich zumindest noch gern gezeigt mit dem Jagen und einmal noch mein Rennpferd laufen lassen. Das ist jetzt sehr, sehr ungünstig. Also es sieht doch nicht so aus, als ob der sich covert. Ich kann mal einmal versuchen, hier einen Snapshot zu speichern. Und wenn ich den wieder lade, ob ich dann irgendwie das Spiel recovern kann. Aber das wird jetzt wahrscheinlich in dem Crash-Zustand gespeichert haben. Ich hätte vielleicht doch die Runden immer speichern sollen zwischendurch. Und dann könnte ich jetzt den Spielstand laden. Das war jetzt ein bisschen, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er jetzt wirklich crasht. Das ist jetzt sehr, sehr ungünstig. Weil ich jetzt zumindest den Snapshot speichern sollen hier vom Emulator. Ja, also das ist jetzt natürlich blöd. Kommt da nochmal? Er zuckt ein bisschen, wenn ich hier rumklicke, aber leider kommt er nicht mehr. Nun gut. Ja, also das ist auf jeden Fall mal ganz gut für den ersten Eindruck. Man sollte dann aber, und ich meine, ich meine mich aber dunkel zu erinnern, jetzt wo es gecrasht ist, dass es tatsächlich früher, so zu C64-Zeiten, hat man auch sehr oft einfach gespeichert, um genau in solchen Fällen zumindest so zwei, drei Runden zurück wieder an den Stand zu haben. Vielleicht ist es auch gar nicht so selten passiert. Ja, nur ist es halt passiert. Dummerweise habe ich überhaupt nichts gespeichert, weil ich da echt ein bisschen nachlässig war. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr blöd. Aber ja, also bei der Jagd hat man halt so einen kleinen Screen, wo dann für, das läuft dann so zehn Sekunden oder so, an gewissen Stellen im Screen tauchen kurz Tiere auf und da muss man als Fahnen kurz drauf bewegen und feuern und kann dann sich so Trophäen noch holen. Die haben dann so ein bisschen das Image verbessern. Ja, und beim Rennpferd, ja, da kann man, da kann man ihn halt trainieren, der gewinnt dann ein gewisses Maß an Stärke. Das ist auch ein bisschen random, wie viel er gewinnt. Und kann man dann halt weiter gesehen, es gab dann Anmeldegebühr 4000 oder so und kann sein Pferd dann laufen lassen beim Rennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man tatsächlich das Geld haben muss, um es anzumelden, oder ob man sein Pferd auch anmelden kann, wenn man in den Miesen ist, so wie ich hier dauernd. Ja, nun gut, aber so war das damals mit Agricola. Ja, ich denke, für den Eindruck und für so ein bisschen die Erinnerung an alte Zeiten hat es gereicht. Irgendwann wäre eh bei Runde 35 Schluss gewesen. Ich weiß nicht, wenn ich noch mal eins machen soll, ein richtiges Spiel, wo ich vielleicht auch ein bisschen Speicher ab und zu zwischendurch und auch um ja, mal zu sehen, wie es wirklich ist dann, wenn es endet oder wie es halt so weitergeht, was man noch so machen kann. Können das in die Kommentare schreiben, kann ich das mal machen. Ich muss mal sehen, vielleicht finde ich mal noch irgendwie Leute und wenn wir es zum Laufen kriegen über Internet, vielleicht kann man da noch mal so ein Multiplayerspiel machen oder sowas. Ansonsten sind wir jetzt hier leider im harten Crash gefangen, insofern können wir jetzt auch nichts mehr machen und dann mache ich mal an dieser Stelle Schluss mit diesem Let's Remember, wenn man es so sagen will und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.